Okay, also jetzt willkommen zum Curryclub, zum 14. Treffen, wenn ich richtig gezählt habe. Jetzt wird als erstes Marc sprechen, wie wir auf uns deine Datenstrukturen und dann wird das illustrieren mit Scheme, einer tollen Prümmel-Sprache. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bleibe jetzt einfach hier mal sitzen, weil die Kamera so eingestellt ist und es bequem ist. Und außerdem, weil ich ja noch ein bisschen was tippen will. Genau, also am Anfang hatte ich ja gedacht, Curryclub, naja, ich glaube, es ist indisch was zu essen gibt. Deswegen war ich ja noch auf der Homepage, aber hier stand was von Kategorien und dann... Ja, also schlechte Witze waren nicht verboten, deswegen nutze ich das jetzt ja aus, dass keiner wegläuft. Genau, also ich habe auch schon gesehen auf dem tollen YouTube-Channel, wo ich das Video 279 mal abgerufen habe, um die Klicks hochzutreiben, dass es schon was über funktionalnde Datenstrukturen gab. Ja, Tim, da hast du ja einen Vortrag gemacht, also auch nach diesem Buch hier, genau. Und zwar, also ich wollte irgendwas mit Scheme machen und da habe ich gedacht, na gut, da brauchen wir natürlich auch ein interessantes Thema, was sich eignet und da machen wir auch ein bisschen was aus dem Buch und noch etwas drüber hinaus, je nach Zeit. Und zwar geht es da hier um Rot-Schwarz-Bäume, die kennt man, oder kennt man auch nicht, aber jedenfalls sind es sozusagen seit den 60ern bekannte Datenstrukturen und die sind also in diesem Buch auch funktional umgesetzt. Genau, ja, dann fangen wir mal an, also das können wir jetzt, glaube ich, jetzt wegmachen. Genau, also als erstes vielleicht, warum jetzt überhaupt Scheme? Also gut, wir suchen natürlich eine vernünftige Programmiersprache. Und wenn ich jetzt mal hier gehe auf... Moment, okay. So, wenn ich hier auf dieses Buch gehe, Compactness and Contradiction von Terence Taube, das ich ihm nur empfehlen kann. So, ja? Wo geht es denn? Ah, das ist hier so eine typische Triebwort-Frage. Ist egal, ist so. So, wenn ich jetzt hier suche nach Modern Programming Language. Weißt du, wofür ich? Modern Computer. Ah. Such as C. Okay, gehen wir auf den anderen. Da stand such as C. Ja, da waren wir jetzt vielleicht... So, also, wenn ich jetzt hier gehe auf moderne Programmiersprachen, ja? Kann das jeder lesen? Particulate Functional Languages such as Lisp or Haskell. Das ist... Na gut, dann sollten wir es vielleicht für Lisp oder Haskell entscheiden. Insbesondere sollten wir auch modern hier Wert legen, nicht? Wenn man bedenkt, dass Lisp, glaube ich, die zweite höhere Programmiersprache von 1958 war. Aber sozusagen hat sein Zenit immer noch nicht überschritten. Gut, Scheme ist ein Lisp-Dialekt. Lisp wird häufig als Big Ball of Mud beschrieben, weil die Sprache dermaßen flexibel ist, dass man immer noch was ranklatschen kann. Und es bleibt auch Lisp. Ja, also wenn ich einen Matschball habe und kommt noch mehr Matsch dran, dann habe ich einen größeren Matschball, mit dem ich noch mehr machen kann. Und Scheme ist ein bisschen strukturierter, deswegen würde man da vielleicht eher von einem Schneeball reden. Ja, denn das ist sozusagen in sich etwas... Ja. Fällt auch sein, was? Nein, das auf alle Fälle nicht. Gut, so, dann ist die Idee, dass wir jetzt vielleicht parallel in Steam etwas entwickeln. Also es steht da Immutable Maps, habe ich das Ganze genannt. Und das wird das Programm-Programmierprojekt sein, wo wir eben diese Datenstruktur entwickeln wollen. Genau, das kann man auch über Scheme sagen. Da steht diese andere Datei da, r7rs.pdf. Das ist der Revised, 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 Report on Scheme. So, das haben wir hier. Hier haben wir das Ganze auch wieder. Der hat immer die gleiche Länge, gell, weil die Jahrzehnte ist der nicht länger geworden. Darf ich mir den Sechser nicht anschauen, dann ist es richtig. Ja, genau, also der hat jetzt 80 Seiten, der Fünfer hatte 50 Seiten, aber wenn man jetzt nur die Sprachbeschreibung anschaut, dann, ich bin das Verzeihung des IG, was mir jetzt, also fängt in Seite 3 an, ja. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, was das als Standard-Hypothek hier ist, weglasse, dann komme ich auf unter 30 Seiten Sprachspezifikationen. Und vor allem ist das Ganze auch so geschrieben, dass man es lesen kann, ja. Also für ein Buch und nicht wie irgendein ISO 1090 Dokument oder so was, ja. Genau, und vielleicht, genau, das ist sozusagen, also vielleicht, also wer das sozusagen Scheme lernen will, dann lohnt sich auf alle Fälle vielleicht einfach den Report durchzulesen. Und ansonsten kann ich noch sehr empfehlen, wer das Buch auch nicht kennt, Structure and Interpretation of Rappütter Programs. Also wenn jemand Programmieren lernen will, also wenn jemand kennt, der Programmieren lernen will, dann einfach dieses Buch geben. Auf Amazon hat das 100 Bewerbungen mit 5 von 5 Sternen und 100 Bewerbungen mit 0 von 5 Sternen. Aha. Keine Zwischenbewerbungen. Okay, aha, das war so offensichtlich ein Bob am Werk oder so, ja. Von dem, was man hört, ist es noch irgendwie 20 Seiten sehr gut zu verstehen und dann geht es innerhalb von Seite zu Seite, Konzept auf Konzept auf Konzept auf Konzept. Ja gut, dafür ist am Ende, ist dann ein kompletter Compiler entwickelt. Also dann hat man sozusagen... Wie solche Regions, gell, wie zu wenig. Ja, genau, also ist es dann, genau. Muss man haben, sonst ist es eben nicht informatiert. Genau. So, dann gibt es jetzt von dem, also sozusagen diese Rot-Schwarzbäume, die sind wie gesagt die ältere klassische Datenstruktur. Ähm, dann von, äh, dann ist, genau, die funktionale, äh, funktionales Umsetzen war eben von Okazaki. Und dann ist jetzt, auch wieder vergleichsweise neu, also 2014, gibt es hier sozusagen auch noch, ähm, ein Paper, was sich damit beschäftigt, ähm, sag ich mal gleich noch online, äh, was sich damit beschäftigt, wie man wieder aus, ähm, Rot-Schwarzbäumen wieder Elemente löschen kann. Weil Okazaki nämlich nur beschreibt, wie man Elemente einfügen kann. Und die Frage ist sozusagen, kann man auch Elemente wieder löschen? Gut, es gab, äh, äh, gibt ja auch, äh, gab auch irgendwie funktionale Algorithmen dafür. Aber, äh, der, wie, nicht besonders schöne Algorithmen, die man kurz erklären kann. Und der Algorithmus hier ist, ähm, wirklich sehr kurz. Äh, einer dieser beiden Autoren ist Matthew Maid. Der hat auch eine Homepage, die ich auch empfehlen kann, wo immer so ganz, äh, ganz kleine, ähm, Programmschnipsel mit Erklärung da sind. Äh, und er hat vor allen Dingen auch eine passende Lizenz entworfen für Programme, die zum Beispiel in solchem Rahmen hier entstehen. Also, ich hab hier schon mal die Crapel License Text da, ich weiß nicht, sieht man das, ja? Also, die können wir... Ein bisschen größer noch. ...und zwar angucken, ja, da sollte ich vielleicht mal einen Editor starten. Und zwar natürlich einen vernünftigen Editor. Okay, aber ich sollte vielleicht eine verbesserte Version nehmen, dann gibt's gleich. Also, das ist auch nicht grafisch, dann muss ich doch auf die Max zurückgreifen. Gut, so. So, also, das ist die Lizenz, mit der wir das Ganze entwickeln, wenn ihr sie noch nicht kennt, kann man sofort in eigene Projekte einsetzen, ja? Das weiß ich nicht, wie das hier geht. Genau, also, äh, kann ja jeder mal so zwei, drei Sätze lesen, dann weiß er, das ist die richtige Lizenz. Okay, also, das ist noch, äh, gut, also oben ist noch der Grund, äh, worum er diese Lizenz entworfen hat. Okay, gut, dann würde ich sagen, ähm, starten wir mal, äh, jetzt mit sinnvollen Dingen. Ähm, gut, also wir wollen, ähm, Datenstrukturen, ähm, also eine Datenstruktur entwickeln, ja? Achso, da hab ich vielleicht, oder auch hier vorher, ich hab uns natürlich ein kleines Mac-Fall geschrieben, um zu testen, ob wir... Moment. Ah, so, äh, so, äh, so, sag mal. So, also, es funktioniert noch gar nichts, es liegt aber auch daran, dass wir aber noch nichts geschrieben haben. Also, ähm... Kannst du den Terminal weiter hoch verschieben, dass die unterste Zeile nicht ganz unten ist? Ja, das ist bitte hier's mal. Gut. Okay. Also, make, check, testen unser Programm, ob's funktioniert. Gut, also, wir wollen jetzt eine kleine Bibliothek schreiben. Ähm, so, da muss ich jetzt, äh... Also, ich definiere jetzt erstmal eine kleine Scheme-Bibliothek. Ähm, gut, den ganzen solchen Namen wollte ich Namen geben. Ich schreibe mal einen Nachnamen davor. Ähm, damit man sozusagen nicht mit den Standard-Bibliotheken durcheinander kommt. Ja, also, wenn es gibt, geht es in Standard-Bibliothek. Ähm, gut. So, dann wollen wir natürlich irgendwas exportieren. Ja, wir wollen einmal, äh, wir brauchen einen Konstruktor, der uns, ähm, Rot-Schwarz-Bäume oder beziehungsweise einfach, äh, ja, Abbildungen, ähm, liefert. Den könnte ich jetzt Map nennen, aber Map ist auch eine Standard-Prozedur und dann hätte ich sie auch nicht mehr zur Verfügung, deswegen sollte ich was anderes nennen. Ähm, gut, damit es besser verkauft, nennen wir es besser mal iMap. Ja, und, äh, dann, äh, sollten wir vielleicht auch eine Prozedur haben, die feststellt, ob etwas, was wir haben, auch wirklich eine iMap ist. Also sozusagen jetzt der Typ. Und, ähm, gut, dann wollen wir sicherlich eine Prozedur haben, die feststellt, ob ein bestimmter Schlüssel in unserer iMap drin ist. Ähm, dann wollen wir vielleicht auch einen, äh, Wert hinzufügen und einen löschen. Gut. Ähm, dazu brauche ich sicherlich ein bisschen was von der Standard-Bibliothek. Das heißt, die Basis-Bibliothek kommt mit rein. So, jetzt schreibe ich noch, äh, also, dieses Konstrukt werde ich auch noch brauchen, deswegen schreibe ich hier schon rein. Dann, ähm, gibt es, bei Scheme gibt es sogenannte Surfies. Das sind, äh, Scheme Request for Implementation, die sozusagen analog zu den RFCs benannt worden sind. Also das ist so, äh, wenn Leute denken, dass es sinnvoll wäre, wenn zukünftige Standards von Scheme noch gewisse weitere, äh, Dinge unterstützen, dann schreiben diese Leute ein Surfie. Und, äh, gut, dann wird es diskutiert. Und dann ist der Status irgendwann mal Final oder Withdrawn. Und, ähm, gut, Surfies jetzt, ist jetzt egal, welches das ist, äh, das ist jetzt eins, was, äh, genau, was den Final-Status erreicht hat, was ich jetzt auch gleich in dem Programm brauchen werde. Ähm, und, ähm, so ein Scheme-System kommt in der Regel mit einigen Surfies mitimplementiert und anderen nicht. Und, äh, einige, die jetzt nicht dabei sind, das ist jetzt, äh, das Ding hier, ähm, kommt hier auch noch dazu. Ähm, da kann man einfach natürlich die Implementation, die steht schon jetzt im Verzeihungsbaum drin. Gut. So, jetzt sollte ich natürlich noch was schreiben. Und damit das Ganze hier sozusagen die Schnittstelle getrennt ist von meiner Implementation, ähm, bin ich jetzt einfach das jetzt hier rein. Okay, gut, damit, äh, haben wir sozusagen die Schnittstelle geschrieben, ungefähr. Okay. Ich werde mich da wieder wechseln, aber, ähm, genau, gut. Also, gehen wir jetzt hier in das Programm rein. Also, wir wollen als erstes, wollen wir jetzt einen Datentyp haben für so eine Immutable Map. Äh, äh, neuen Datentyp bei Scheme bekomme ich, indem ich, äh, einen neuen Record-Typ definiere. Das ist im Prinzip einfach eine Struct in C oder einfach ein Record. So, die kriegt jetzt einen internen Namen, der überhaupt gar keine Rolle spielt. Und dann schreibe ich jetzt mal nur hin, wie der Konstrukt da aussehen soll. So, was muss ich für so eine Immap wissen? Naja, gut, ich, äh, da drin steckt jetzt irgendwie ein Baum als innere Struktur. Also, der mir sagt, äh, also, dass ich die Elemente wiederfinden kann. Und außerdem muss ich ja auch noch Elemente vergleichen können. Also, ich brauche noch einen Vergleicher. Und das ist ein, das ist bei dieses Surf 428, wo Komparatoren definiert sind. Also, die beiden Dinge zusammen, also ein Baum plus eine Funktion, die, ähm, ja, die mir die Schlüssel vergleichen kann, das zusammen gibt eine Immap. Und als nächstes kommt der Typ hierhin, also, um zu testen, ob es eine Immap ist. Und, ähm, genau, dann brauchen wir natürlich irgendwie eine Möglichkeit, auf den, in der Immap, auf diesen Komparator zuzugreifen. Und die Prozedur heißt, Immap Komparator. Und auf den Baum eben zuzugreifen ist. So, und damit habe ich den Typ definiert. Ähm, so, jetzt ist es, ist es aber so, dass derjenige, der das Ganze, ähm, benutzen will, also, wenn ich die Schnittstelle angucke, dann will derjenige sicherlich schon sagen, wie er Elemente vergleichen möchte. Das heißt, der Komparator soll da rein. Dabei wird natürlich kein internen Tree angeben. Das ist eine interne Datenstruktur. Die hat ja sozusagen mit der Schnittstelle außen nichts zu tun. Also, was da eigentlich, was ich eigentlich nur machen will, ist, äh, vielleicht so etwas wie eine Lehre. Immap konstruieren. Also, ich schreibe es mal jetzt hier. Das müssen wir nachher ausfüllen. So. Ähm, so, das heißt, das hier sollte irgendwie ein interner Konstruktor sein. Deswegen nenne ich das Ganze so mal Make Immap. Okay? Und das Ding sollte natürlich irgendwann mal aufrufen. Also. den Konstruktor mit dem Komparator und dann kommt jetzt irgendwie eine interne Struktur für den Baum rein. So, okay. Und, äh, jetzt, äh, gehen wir hier nochmal auf das Testen. Und, ähm, also, er macht jetzt gar nichts, okay. Ähm, dann muss die Anordnung ganz... Ich hab jetzt noch nicht ganz mitgeführt. Ja? Ich hab mal irgendwie vier ES-Skin gemacht und da gab's noch keinen Rekord. Was bedeutet der Rekord? Also, das bedeutet, äh, also, im Prinzip, ähm, bedeutet der, dass ich einen neuen Typ erzeuge, ja? Also, das ist der Name oben. Das ist der Typname. Ja, also, also, äh, das oben ist dieser interne Typname, der spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Es gibt auch bei dem, also bei der aktuellen Skinversion noch gar keine Möglichkeit, oben was mit diesen Dingen da oben anzufangen. Das ist für Erweiterung gedacht. Ja. Was für den Programmierer wichtig ist, dass dieses IMAP-Fragezeichen, das ist das Prädikat, was feststellt, ob eine Variable von diesem Typ ist. Und was, was Define Record Type macht, er legt einen neuen Typ an und garantiert, dass der disjunkt ist zu jedem anderen Typ, der schon im System vorhanden ist. Also, die sind ja irgendwelche dynamischen Dinge in dem Ski. Genau. Das kann ich also auch, ich kann auch Define Record Type, äh, zigmal aufrufen, dann hab ich jedes Mal einen neuen Typ produziert. Also, jedes Mal, jetzt, jetzt mach ich es nur ein einziges Mal, ne? Also, und das definiert dann die Position IMAP-Fragezeichen und Make IMAP und Comparator und IMAP-Tree. Genau, also, es definiert, genau, es definiert eine Prozedur Make IMAP, wenn ich da zwei Objekte rein strecke, dann kommt etwas raus, auf dem das Prädikat IMAP-Fragezeichen wahr gibt. Und jetzt ist IMAP-Comparator ist sozusagen, das spuckt mir wieder den Comparator raus, wenn ich so eine IMAP reinstecke und IMAP-Tree spuckt mir den Tree wieder raus. Ach, das ist der Konstruktor, dann der Diskriminator und dann die Selektore. Richtig, genau. Und wenn ich das Ganze, da ich ja sozusagen auch nicht funktional schreiben kann, würde ich das Ganze jetzt hier so etwas nennen und dann sollte ich, gehört ein Ausrufezeiger hinter, dass man weiß, was man macht. Aber das brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht. Okay, gut, aber sonst gerne auch noch Fragen stellen, weil ich einfach sonst, genau, weil ich auch sozusagen keinen langweilen will, aber auch... Also, das sind dynamische Typen. Richtig, genau. Das muss man hier explizit sagen, wir müssen rauchen. Wir hatten, glaube ich, auch keine dynamische typische Frage. Genau, also... Genau, also, das war ja auch, genau, also einmal sozusagen die Frage ist, genau, also warum Scheme? Also, ich meine, das ist sozusagen was anderes als jetzt eine statisch getypte Programmiersprache und das hat jetzt, also inwiefern ist das jetzt in irgendeiner Form besser? Also, gut, ich meine, die Programme können etwas kürzer werden, weil man die Typen weglässt, also komplett. Und der Vorteil ist, ich meine, das selbst Typsystem von Haskell reicht ja nie aus. Also, wenn man guckt, wie viel an GHC, an Typenerwartung rangeklatscht ist, reicht das nie aus. Dann, sagen wir mal, hat keinen, das heißt, also kann ich jetzt direkt ganz auf Typen verzichten. Also, nee, also sozusagen auf Start-Type-Überfugnis-Compilers. Wobei mir natürlich, also wenn ich wollte und genug Zeit hätte, könnte ich jetzt natürlich auf Steam drauf noch was programmieren, was mir sofort Start-Type wieder an die Typen ist. Ja, dann musst du einfach jedes Mal, wenn du was irgendwo reinschmeißt, da eine Folge zu schieben. Ja, das ist natürlich dann etwas, was, da brauche ich einen ziemlich guten Compiler, der mir das Ganze wieder rausschmeißt. Weil er sonst halt zur Laufzeit tausende Überprüfungen macht, die unnötig sind. Ja. Aber gut, klar, wenn ich jetzt natürlich einen sehr guten Compiler habe, dann geht's, ja? Moment, man muss das ja nicht immer machen. Also, man programmiert so, dass man, das sehen wir ja dann, dass man spekulativt, man erwartet implizit, dass das... Genau, also entweder kann ich in die Dokumentation das reinschreiben oder, genau, also ich meine, es gibt sozusagen, es hängt jetzt auch ein bisschen vom Interpreter oder Compiler ab. Ich meine, einige haben dann wie C, Undefined Behavior, das heißt, es passiert irgendwas, wenn der falsche Typ da drin ist. Und andere warnen mich dann, ja, zum Test natürlich etwas angenehmer. Ähm, okay, gut, so, dann, ähm, wollen wir ja in so einen Baum was reinschreiben. So, was ist jetzt so ein, ähm, ein schwarz-rot-baum, also ein schwarz-rot-baum ist ein binärer Baum. Ähm, und in den inneren Knoten sind meine Elemente, die ich in diesem Baum speichern möchte. So, und dann geht also von jedem Element gehen zwei ab. Und das Ganze, die Elemente sollen in dem Baum auch sortiert sein nach Größe. Das heißt, also, links ist kleiner, rechts ist größer, sodass ich zunächst mal einfach einen binären Suchbaum habe. Wenn ich ein Element finden möchte, dann kann ich mich einfach durch den Baum durchhangen und ich finde ein Element, wenn er dann, wenn er, wenn die Höhe des Baums h ist, dann finde ich ein Element halt in hoch von h, spätestens. Weil ich jeden Schritt weiter runterkomme in dem Baum. So, und damit es natürlich sinnvoll wird, muss dieser binäre Baum balanciert sein. Das heißt, die Höhe sollte irgendetwas damit zu tun haben, mit der Anzahl, also möglichst ausgeglichen sein. Das Beste ist natürlich, wenn die Höhe, wenn er binär ist, wenn die Höhe log n ist, wobei log jetzt momentan der Zweierlogarithmus ist, und n die Anzahl der gespegerten Elemente. Und bei einem rot-schwarz Baum will man nicht ganz das erreichen, sondern man erlaubt, dass die Höhe um den Faktor 2 maximal abweichen kann. Das heißt also, die maximale Länge eines Pfades ist zweimal log n, wobei n die Anzahl der gespegerten. Warum heißt das dann noch kurz-schwarz? Weil die Technik, um das zu erreichen, die Vorhine ist, dass man jetzt die inneren Knoten rot oder schwarz färbt. Und zwar gelten jetzt folgende Invarianten. In jedem Pfad von der Spitze des Baumes bis zu einem Blatt müssen jeweils die gleiche Anzahl von schwarzen Knoten drin sein. Das heißt, wenn es keine roten Knoten gäbe, hätten wir einen komplett ausbalancierten Baum, der aber auch immer nur 2 hoch n-1 Elemente enthalten kann. Weil hier alle Pfaden gleich lang sein müssen. So, und deswegen fügt man jetzt noch rote Knoten ein. Rote Knoten zählen zur Länge eines Pfades nicht dazu. Also zumindest was bedeutet, dass gleich wieder schwarze Knoten auf dem Weg drin sein müssen. Das heißt, ich kann jetzt beliebig viele rote Knoten einfügen. Also wenn ich ein Element irgendwo einfüge, dann meinst du einfach rot. Das verletzt sich sozusagen nicht die Invariante, dass alle Pfaden gleich lang sein sollen. Aber, dann kann ich natürlich jetzt wieder beliebig lange rote Ketten bauen. Und dann wird mein Baum wieder beliebig schlecht. Und deswegen ist die zweite Forderung an einem schwarzen Rotbaum, dass nie zwei rote Knoten übereinander stehen dürfen. Es darf sozusagen, ein roter Knoten darf nicht einen roten Knoten als Eltern haben. Und damit ist klar, dass also die längstmöglichen Pfade sind solche, wo sich Rot und Schwarz abwechselt. Und damit bekomme ich genau diese Grenze 2. Okay, also das ist sozusagen, das heißt, wir können jetzt auch schon mit dieser Erklärung überlegen, wie sieht jetzt ein innerer Knoten aus. Also ein innerer Knoten hat eine Farbe. Dann hat er einen linken Teilbaum, das was ich reinschreibe und einen rechten Teilbaum. So, jetzt könnte ich natürlich wieder eigentlich hier einen neuen Rekordtyp definieren, wo es dann nur Fragezeichen gibt und so weiter. Aber ich habe sozusagen keine, also das ist nicht unbedingt nötig. Ich meine, da lasse ich jetzt sozusagen keine Schnittstelle nach draußen, sondern hier weiß ich, was ich mache. Also ich kann auch genauso einfach einen Vektor mit vier Elementen, wo ich die vier einfach reinschreibe, weil ich nirgendwo abfragen muss, ob etwas wirklich ein Knoten ist. Also statisch muss ich natürlich wissen, ob ich den Knoten irgendwo reinstecke, aber dynamisch spielt es gar keine Rolle zu wissen, ob es ein Knoten ist. Gut, so, dann ist es sicherlich sinnvoll, eine Abkürzung zu machen, wenn ich einen roten Knoten bekommen möchte. Also Vektor ist nicht ein Tierwarten, so wie es geht. Ne, Vektor ist, ich kann auch. Ich kann auch nicht raus, dass das eine interne Sache wird. Genau, also ich brauche es jetzt nicht. Ja, also ich kann jetzt, ich könnte den Vektor jetzt auch ändern. Also genau, nach außen geht es sowieso nicht. Also ich habe das alles verpackt, das sehen wir gleich noch. Genau, also es gibt jetzt, also im Standard-Schemen gibt es keine Immutable-Vectors, aber auch wieder da ein guter Compiler sieht halt auch, ob ich da jetzt auf dem Vektor irgendeine Veränderung erlaube. Was ist denn der Meinung nach, dass Sie einen Compiler haben? Ja, das ist die Frage. Es ist auf alle Fälle nicht leicht, einen guten Skim-Compiler zu schreiben. Ja, das ist ein gängiger Skim-Compiler. Also ich... Bekannt, Chicken, Scim, Racket. Genau, also ich meine, Racket kann ich sozusagen empfehlen für Leute, die einfach nur ein bisschen rumprobieren. Wollte erstmal, weil die halt eine ganz sehr angenehme Oberfläche haben. Ja, also kann ich... Und Racket ist aber sozusagen eigentlich Scheme plus eine 10er Potenz nochmal drauf, eine experimentelle Erweiterung. Deswegen nennt es sich auch Racket und nicht mehr Scheme. Das ist auf alle Fälle auch ein guter Compiler. Chicken kompiliert von Scheme nach C. Und brauche halt einige Tricks, weil C eben einige Sachen wie Endrekursion nicht hat. Was bei Scheme sozusagen nötig ist. Dann gibt es Che-Scheme. Das war kommerziell, ist jetzt seit zwei Wochen auf GitHub. Ist also freigegeben worden. Das ist definitiv ein sehr guter Scheme-Compiler. Allerdings nicht für den aktuellen Standard R7, R6, sondern für R6, R6, R6. So, genau. Aber ich meine, für das, was wir machen, reicht ein Interpreter komplett aus. Das ist ja auch den Schalien, also Schalien-Kompiliert-Tal. Ja, gut, dafür finde ich den Namen schon mal etwas zweifelhaft. Auf jeden Fall, also der ist halt Schalien, der soll halt sehr krass funktionieren. Das ist ja auch irgendwas, man will hier nicht. Nee, also das nicht, aber ich meine, er hat auch kein vollständiges Scheme. Also er implementiert Teile von, also sehr viel von R4, RS. Aber, also ich sage mal, viele Schwierigkeiten tauchen auf, weil die Programmiersprache dann doch recht mächtig ist. Also es ist ein statisch typisiertes Team, der ist das da nicht. Nee, nein, nein, er interferiert die Typen schon. Typen verwendet, und da ist der das dann zurück, warum ist das so, und das ist der U-Lag, wo man dann da so... Also, im Prinzip, als ich meine Idee sehe, ich kann natürlich schon versuchen, der Kompiler kann schon sehr viel versuchen, einen Typen rauszufinden. Und da würden natürlich solche Tests nicht überall einbauen mit IMAP und so weiter helfen. Weil er dann natürlich an der Stelle danach immer weiß, es muss dann auf alle Fälle eine IMAP sein, die dann kommt. Aber, ähm, 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 ja, wie gesagt, also, äh, dieser Staling-Compiler, der Kompi-Trends ist eine Teilmenge. Aber die sehr gut, und er macht halt ne, ne, er sieht das ganze Programm als Ganzes. Also ich meine, da gibt's ja auch für, äh, ML gibt's ja auch diesen einen Compiler. Ja, ML-Ton-Mars. Okay, gut, also, äh, wie können wir, ähm, also gut, das muss ich in den roten Knoten definieren. Äh, das heißt, äh, ich mach jetzt einfach Node und dann, ähm, produziere ich das Symbol Red und dann schreibe ich einfach rein, Left-Item-Right. Ja, also, ich meine, ich muss jetzt nicht extra noch definieren, also ich kann jetzt hier die Farbe hier vorne reinschreiben. Ich kann mir jetzt geben, einfach neue Symbole bekommen, das ist sozusagen aus der List-Geschichte her. Ja, und, ähm, genau, dementsprechend kann ich auch jetzt definieren, äh, was ein... Ne, das, ja, ich weiß, wir sind im Curry-Club, aber, äh, das geht, äh, das geht nicht. Ähm, was ich aber machen kann, ist, ähm, ähm, schmeiß ich das hier wieder raus. Also ich definiere, das war mein Case-Lambda. Das heißt jetzt nämlich, wenn ich kein Argument reinstecke, dann will ich, äh, dann will ich einen leeren Knoten machen. Und ansonsten, wenn ich, äh, die drei Argumente reinstecke, dann mache ich das, was ich vorher gemacht habe, ja. Das kann ich, das kann ich machen. So, warum habe ich das jetzt noch gerade hier gemacht? Also, äh, das ist jetzt aber das Symbol für falsch. Also nicht, also, ja, also, der Token verfalscht sozusagen. Ähm, ich brauche natürlich am Ende, irgendwo hört mein Baum mal auf, das heißt, ich brauche irgendwie Blätter. Und Blätter seien immer schwarz gefärbt. Das ist sozusagen noch eine Invariante, die wir noch mal hinzufügen. Also ich betrachte nur schwarze Blätter. Und woran ich sehe, dass das dann Blatt ist, dann gut, da steckt aber nichts drin. Also da, wo hier ein Item ist, steht hier nichts. Okay, und dann, ähm, genau, Lambda ist Lambda, wie man es kennt. Und dann schreibe ich hier eben die Argumente. Also da würde ein normaler Lisp-Programmierer NIL schreiben. Bei Scheme ist jetzt üblich, das F zu machen. Genau, also das ist nur ein Unterschied zwischen Lisp und Scheme. Bei Lisp gibt es die leere Liste, NIL. Die gibt es bei Scheme auch, die heißt aber nicht NIL. Also die hat, äh, die sieht da so aus, ja. Aber die ist nicht falsch. Die kann man mit dem IF nicht verwenden. Genau, also das ist sozusagen der, äh, kann ich schon mal mit verwenden. Die ist true. Ja, also bei Scheme ist alles wahr, außer falsch. Genau. Hat aber sehr großen Vorteil. Ja, ja, nee, das glaube ich schon. Weil wenn ich irgendwelche Listen zurückgebe, dann kann ich einfach falsch zurückgeben, wenn ich eine, äh, irgendeine Ausnahme signalisieren möchte. Ähm, genau. Das ist aber jetzt genau definiert. Das war von 20 Jahren nicht so genau definiert. Ja, ja, genau, das haben Sie jetzt genau. Also bei R5RS oder so war das, ja. Ähm, gut, was können wir jetzt noch machen? Gut, also, äh, ich will natürlich jetzt hier aus diesem Not natürlich noch die Farben rausholen, sonst nützt mir das alles nichts. Ja, das heißt, ich will die Farbe wissen von der, von dem Knoten, ja. Äh, oder ich kann ja auch Not schreiben, das ist egal, ja. So, ähm, das ist dann genau der, der 0. Eintrag des Vektors, ja. Jetzt schreibe ich das Ganze mal, äh, hier oben hin, das muss man dann sehen. Weil das ist natürlich dann, äh... Also das würde man der Rekordtyp natürlich, äh, selber machen, ja. So, ich wollte nur zweitens mal zeigen. Gut. Ähm, dann haben wir das. Und jetzt sollte ich vielleicht noch sagen, was so ein Item eigentlich ist. Also, ich meine, wenn ich eine Abbildung habe, dann muss ich natürlich, äh, Schlüssel und Wert dazu speichern. Das ist also ein Item. Ähm, das heißt, was wir hier noch oben vielleicht machen, ist noch das gleiche MakeItem. So, dann gibt es einen Schlüssel und einen Wert. Und das Ganze ist wieder ein Vektor von Schlüssel und Wert. Und dann definieren wir eben den Schlüssel von einem Item. Das ist dann entsprechend die 0. Stelle und, äh, der Wert von einem Item ist dann entsprechend die erste Stelle. Gut, haben wir das. Ähm, dann bietet sich das vielleicht an, als für den Baum, äh, also für den Knoten direkt zu machen. Um den, also der Schlüssel von einem Knoten ist dann entsprechend der Schlüssel des Items an dem Knoten. Und der Wert, falls wir das brauchen sollten, ist dann natürlich der Wert des Schlüssels. So, ähm, okay, dann können wir jetzt anfangen, äh, unseren Baum zu bauen. Also, hier oben sind wir ja noch, ich schiebe das, mache ich ja nach unten, weil jetzt die ganzen. So, also, jetzt wollte ich einen leeren Baum bauen und ein leerer Baum, na, der besteht ja einfach nur aus einem einzigen Blatt. Und das ist schwarz. So, und damit haben wir den leeren Baum gebaut. So, jetzt. Ähm, so jetzt will ich natürlich meine Prozedur schreiben, enthält mein ganzer Baum etwas. Also, was muss ich da reinstecken? Ja, ich stecke erstmal meine Abbildung rein, also meine Immutable Map und ein Objekt, um zu gucken, ob das da drin ist. Für die Werte interessiert mich momentan noch gar nicht. So, dann, ähm, muss ich irgendwie mal auf diesen Korporator zugreifen, der ja da drin steckt. Um Dinge vergleichen zu können. So, und. Ja, ein paar Stück dazu unterwirken, aber jetzt. Wenn man mehrere Sachen definieren kann, sonst dann auch die Lässe. Genau, also, genau, also, man muss die Sündags muss natürlich, äh, also man muss dazu sagen, äh, also die Sündags bestehen auch nur aus Klammern. Genau, und, und let, äh, führt neue Variablen ein. Und zwar, äh, erst mal kommen wir in den Klammern hier, kommt die Liste der Definitionen, und darunter kommt das, wo die Variablen deklariert sind. Und jetzt will ich aber eine nur definieren, aber das, dann habe ich wieder ein paar hin, bestehend aus der Variable, plus den Wert, den sie haben sollen. Ja? Ich habe auch noch eine Frage zum Stopping. Ja? Und zwar bei Emacs-Listen ist es ja so, da schmeiße ich einfach alles in meinen großen Namen zu haben. Wenn Sie jetzt hier die Pfeile machen. Ja? Gibt es in Schemen sowas wie Namensräume und Prokule? Ja, das war, das war ja gerade meine Bibliothek, also, sozusagen, eigentlich jedes Scheme hatte das, und, äh, mit R6, RS und R7, RS wurde, gab es dann sozusagen zwei Standards, das ist das, was hier ist, ja? Also, wenn ich, also, genau, das ist bei der Punkt, ja, wenn ich sozusagen, äh, gar nichts importiere, also, wenn ich dann hier mal Scheme-Based importiere, dann ist es absolut leer. Also, das ist wie bei Haskell ohne Prelude und gar nichts. Also, da kann ich ja nicht mal If oder Define machen. Ähm, das heißt, ich muss mindestens irgendwas importieren. Aber den Port haben Sie auch. Nein, den Port haben wir auch nicht. Aber wie kann ich? Das hier ist nicht, das hier ist nicht Scheme. Aha. Das ist sozusagen, also, ich meine, das ist natürlich schon Teil des Schemes, aber das ist sozusagen kein Scheme-Code, sondern das ist einfach nur eine startet, also eine, in, in S-Expressions definierte, ähm, 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 Beschreibung meiner Bibliothek. Okay, also, S-M-L-D heißt es die? Library Definition. Nein. Ist aber jetzt auch, also einige verwenden lassen es aber jetzt auch nicht unbedingt nur Standard, ja? Das heißt, äh, was er da sagt, ist also, dass er jetzt in dieser Datei gelten jetzt die Deklarationen, die er hier aus diesen Bibliotheken rausholt. Das ist, wenn jüngere Leute als XML-File machen, ja, und da kann es sogar keiner mehr leasen und da haben wir nur eine Notation für alles. Genau. S-Expressions für Programme für Daten für alles. Genau. Ähm, genau, ähm, was ich jetzt auch machen kann, wenn ich Scheme-Base habe, ja, sondern Schema-Basis kann ich auch alle meine gesamten Sachen auf Deutsch umdefinieren. Also, das ist sozusagen völlig, äh, genau, also da ist, äh, da kann ich alles draus machen. Also sprich, alles, was ich jetzt hier definiere, das bleibt auch nur in diesem Ding drin, außerdem steht da mit Export, was gerade eben noch dastand, wenn ich so alles importiere. Deswegen, glaube ich, entsprechend verschiedene Namensräume. Ähm, so, also das haben wir gemacht. Und, äh, jetzt schreibe ich die ganze Prozedur Contains nochmal. Ähm, und zwar, was ich jetzt hier reinstecke, ist der Baum, und zwar ist das ja sozusagen der Baum, der in dieser Map drin steckt. Also, was der Punkt jetzt ist, ich möchte ja natürlich, ähm, ich muss, was Contains macht, sucht er jetzt in diesem binären Suchbaum was raus. Und da muss das natürlich, äh, sinnvollerweise, natürlich rekursiv die ganze Prozedur wieder auf, wenn ich hier im Teilbaum will. Und, ähm, jetzt möchte ich aber nicht iMapContains wieder aufrufen, weil hier eine Map drin steckt, die ich aber gerade, wo ich den Korporator gerade schon ausgepackt habe, und wo ich hier den Baum auspacke, und dann will ich erstmal alles wieder einpacken und wieder auspacken. Deswegen schreibe ich hier lokal nochmal eine Prozedur, wo das ganz schön ausgepackt ist. So, und zwar, was diese Syntax bedeutet, definiere eine Prozedur namens Contains, welche ein Parameter Tree hat, und rufe die Prozedur sofort auf mit diesem Ding hier als Wert von Tree. Also, so schreibt man Schleifen. Ja, also normalerweise ist das Konstrukt LED-Loop, und dann kommen erstmal die Schleifen am Anfang des Tome, mache ich dann Loop und setze die Werte neu. Ja, ähm, wenn du keine Doppel, äh, wenn du keine, äh, Liste von Listen machst, dann weiß er, dass es die Funktionssituation ist. Ne, also wenn ich, wenn ich das jetzt hier mache, dann, äh, dann sagt er, das ist Käse, ja, weil dann kann er, aber kann er nichts anfangen. Weil LED ist ja eigentlich so. Ne, also wenn ich jetzt, achso, wenn ich die beiden, achso, Entschuldigung, die beiden Klammern, ja, genau, die, genau, ja, ja, richtig. Also, wenn jetzt sozusagen vorne das LED kommt, äh, dann, ähm, genau, wenn, ja, das, das, das ist dann diese, diese, die Spezielle, und, so. Hier ist ein bisschen unpraktisch mit dem E-Max, weil der sich anstrengen muss, ähm, der muss halt so ein bisschen hin und her parsen, um zu sehen, dass das eben nicht das ist, ja, weil der dann sozusagen die Eindrücke richtig machen möchte. So, ähm, okay, also wie funktioniert das? Na gut, ich muss jetzt untersuchen, ich müsste jetzt erstmal schauen, ob der Baum, äh, nur schwarz ist. Ja, das heißt also, was würde ich jetzt machen, äh, ich schaue mir an, ist der Baum, äh, gut, also ich schaue mir mal an, also, ist der Baum schwarz, also einzeln, ist es also ein Blatt, dann, äh, kommt gar nichts, äh, dann ist es, kommt falsch raus, ja, denn, dann ist die, dann ist definitiv der Schlüssel in dem Baum nicht enthalten. Okay, so, welche andere Möglichkeit haben wir noch? Naja, der Baum könnte innerer Knoten sein, bestehend aus Farbe, links, Item, rings. So, was wollen wir dann machen? Dann müssen wir natürlich vergleichen, ob x, also der Wert gleich, kleiner oder größer ist mit dem Objekt, den ich da vergleichen will. So, jetzt gibt es diese Komparator-Bibliothek, das war diese, diese Surfy 128, die hat, äh, diese, äh, äh, ja, ja, weil, wie gesagt, das ist toll, weil ja nur ganz wenige Sachen für die Sonntags gebraucht werden, kann ich, kann ich die Dinge alle nennen, wie ich es will, ja. Ähm, genau, also hier kommt der Komparator rein, äh, dann kommt, das, kommen die beiden Dinge, die ich vergleichen möchte, ähm, das heißt in diesem Fall das Objekt mit dem Schlüssel an der Stelle X. Und dann kommt jetzt, was passiert, wenn es kleiner ist? Naja, dann gucke ich, ob es im rechten Baum drin ist, wenn es gleich ist, dann habe ich es gefunden und ansonsten gucke ich im linken Baum. Also das machen quasi das, was die Klassen für einen implizit machen, manuell mit Durchreichen. Die Klassen muss man mit extra den Komparator durchdreifen, weil das Dictionary einem immer implizit übergeben wird, ohne dass der kommt. Richtig, genau, genau, also das müsste ich jetzt, ähm, ja, wir sehen gleich, wie wir das sozusagen grundsätzlich auch hinbekommen könnten, wenn wir wollten, etwas in der Art. Es gibt auch hier noch mehrere Möglichkeiten, also wenn ich es komplett dynamisch machen würde, dann würde ich dynamische Variablen einführen. Also das bedeutet, alle diese Variablen, die sind ja, ähm, ähm, lexikalisch gescoped, das heißt, wenn ich jetzt, ähm, also hier zieht mich Contains ein und das gilt natürlich genau dem Bereich des Programms. Ganz egal, ob man es verlassen, wenn ich wieder da zurückkehre. Dynamisch würde bedeuten, äh, ich, äh, ich, äh, ich setze Contains ab irgendeinen Wert und dann gilt der Wert so lange, bis der Programmfluss wieder dieses Land hier verlässt. Also ich kann dazwischen sein, dass ich an eine andere Prozedur anspringe, da würde aber gleich, würde ich Contains immer noch mit dem Wert belegt haben. Das haben alte Lisbs gemacht. Und das mache ich, ja genau, aber die wollen ja umstellen irgendwie, ne? Das hat, ähm, das hat, das ist natürlich bei solchen Sachen, ich kann natürlich am Anfang mal definieren, was kleiner gleich ist, und dann haben wir natürlich, und dann haben wir alle Prozeduren, die ich ab da aufrufe, können kleiner gleich verwenden, und das ist dann sozusagen dynamisch durchgereichte Typklasse. Und das ist dann sozusagen dynamisch durchgereichte Typklasse. Ja, ja, es ist sozusagen, ich kann das auch nicht umstellen, ich muss dann sozusagen sogar dann Parameterobjekte, die ich einführe. Wie würde das noch sehen, wenn ich mir bei den Titeln sehe, wie nach der Titel ab bin? Also dann würde ich jetzt hier zum Beispiel, äh, also ich muss, oben muss ich lexikalisch, damit ich drauf zugreifen kann, ja? Würde ich machen, define, ähm, kleiner, dann, das wäre dann Parameter, ja? So, da steckt momentan nichts drin. Und dann könnte ich jetzt hier, ähm, bei zum Beispiel an der Stelle, wenn ich jetzt weiter drauf zugreifen wollte, ja? Würde ich diesen Komparator dann nehmen, und dann würde ich, äh, so etwas machen wie Parameterize. Und dann sage ich, kleiner soll jetzt ab sofort die Prozedur sein, die zwei Objekte nimmt, U und V, und schickt auf, äh, kleiner. So, und alles, was jetzt hier nimmt, also ab da dynamisch passiert, ähm, was da dynamisch passiert, ähm, dann ist, wenn ich jetzt kleiner aufrufe, der nimmt ja genau diese Lambda-Prozedur hier. Aber dann nimmt man an, dass das ein sequenziertes Programm ist, oder? Nein, wenn ich, äh, wenn ich hier drin jetzt bin und ich mache ein Goto da raus, also sprich, ich, äh, ich gehe einfach raus, also, weil ich das Parameterize verlasse, äh, ist das kleiner wie auf eine Eigenwert falsch gesetzt. Keiner, die Programme hat mehr für Threads. Achso, das, äh, das macht Parameterize, soll, also, Spezifikation ist, dass das sozusagen kompatibel ist. Das heißt also, wenn ich jetzt, ähm, das ist sozusagen Thread-Local. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt, ähm, und wenn ich später wieder reinspringe, dann hat mein kleiner wieder diese alten, den alten Wert. Also, das ist sozusagen komplett dann dynamisch geskopt, ja? Das ist aber erst seit, äh, äh, seit 36 oder so. Das ist seit, genau, das Zirk wie 34 oder so, ist das? Ich fahre mich mal durch, da kann man nichts davon. Ne, da, ne, äh, genau, wie gesagt, das kann dann... Das ist aber explizit Thread-Local gemacht von der Semantik. Ja, ja, genau, ansonsten kann ich das auch zu Fuß programmieren. Ich könnte ja jetzt auch Elite-Tab-Programmieren wollen, dann funktioniert das nicht, wenn ich den Kontext, was ich wechsle, äh... So, also, wenn ich, wenn ich jetzt mit, ähm, ähm, was ich Korreff kann, Contination jetzt selber, ähm, via Threads programmiere, dann funktionieren die jetzt auch. Weil dann dafür sorgt das Private-Divise. Ja, aber das sind ja, das sind keine echten Threads. Ne, genau, wenn ich echte Threads habe, dann ist das Scheme-System dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Dann muss der da irgendeinen Programm-Kontext aufbauen, der dann da bricht. Ja, richtig, genau, genau. Das ist halt drüber springen auf den anderen, den da mitbringt, oder so. Ne, wenn ich auf den anderen Thread gehe, dann hat der hat jetzt seinen eigenen Kontext. Das ist ähnlich wie Ports, also wenn ich den Standard-Ausgabe-Port habe, dann ist der Teil des Kontexts. Und wenn der Thread einen anderen Standard-Ausgabe-Port setzt, dann, ähm, will ich ja nicht, dass der erste Thread sie auch umgesetzt hat. Ja, okay, aber lassen wir das, das schweift zu sehr ab. Ich habe auch noch eine Frage gewendet, man greift es mit den Namen, ich hoffe, jetzt irgendeine Hilfsfunktion, was man ganz von der Bibliothek aufgibt. Ja. In den nächsten Funktion zu führen. Und ich verwende das auch so eine Variante kleiner. Ja, das gibt es kein Problem dabei, der Name ist selbstverständlich in der nächsten Phase. Richtig, genau, also kleiner ist natürlich eigentlich die, äh, um, um Zahlen, äh, also er würde jetzt hier auch einen Fehler melden, weil ich kleiner nicht umdefinieren darf. Warum darf ich sie umdefinieren, weil ich es am Anfang importiert habe. Ja, also, äh, ich kann natürlich Folgendes machen, ja. Ja, dann, dann geht's wieder, ja, also dann, äh, dann, aber, ähm, genau, weil es ändert sozusagen nichts daran, also ich brauche immer sozusagen lexikalischen Anker, was auch sehr sinnvoll ist, ja, sonst, äh. Darf man dieses, ähm, dieses dynamische, ähm, exportieren? Also wenn man jetzt es kann noch nicht... Achso, ja, das kann ich dynamisch exportieren, genau. Okay. Also, ich meine, zum Beispiel, äh, hat Steam, deswegen hatte ich das Beispiel gehabt, da gibt's eben Current Output Port, was Standard Out ist, und das ist sozusagen... Fake Port. Sozusagen, genau. Hallo. Dafür war das wahrscheinlich gedacht, wegen den Ports. Das war ursprünglich mal, genau, und das war dann, äh, äh, genau. Da könnte man jetzt die Mails mit Current Buffer. Sozusagen, genau. Das ist mit Current Buffer. Okay, so, ähm, wenn wir das jetzt... Also, so weit ist es hoffentlich ungefähr klar, wenn man jetzt sucht, ja. Das, jetzt gibt's eigentlich sozusagen zwei Probleme. Also, das eine Problem ist die Eindrückung hier. Hatten wir TreeMatch oben schon definiert? Nö, das ist das zweite Problem. Also, das eine Problem ist... Das eine Problem ist sozusagen einfacher, ja. Das kann mein Wie. So, äh, genau, das ist die andere Standard-Nicht-Standard-Prozedur hier, ist die, der wie auch nicht Bescheid weiß, so. So, so, wie der 5 macht. So, wunderbar. Okay. Ähm, das zweite Problem ist, genau, also TreeMatch gibt's nicht. Also, was soll TreeMatch eigentlich machen? Ähm, TreeMatch soll nehmen, ein Baum, und jetzt steht hier irgendetwas drin, was, äh, das auf sich züttert. Also, wenn der Baum schwarz soll er das machen, wenn der Baum so aussieht, soll er das machen. Ähm, gut. Das ist das, was sozusagen, im Prinzip Pattern-Matching bei Pascal oder ML oder so etwas ist, ja. Das hat Steam von Haus aus nicht, aber das macht aber überhaupt nichts. Ähm, weil ich meine, das ist purer Mischsprachersatz dazu, dass man neue Sachen lernt. Und man lernt es am besten, indem man sie selber macht. Ähm, so, das heißt, ich kann aber, der Wort ist, ich kann die Syntax von Schimpel-Liebig erweitern. Und das machen wir jetzt. Ähm, das heißt, was wir definieren, äh, gehen wir vielleicht mal, ja, so. Das heißt, wir definieren Syntax, nämlich, was ist TreeMatch? So. Syntax-Rules. Ähm, so, also es ist, also hier definieren wir ein Makro. Und, ähm, standard, also standardmäßiges Makro-System, das ist das Syntax-Rules-System. Und, äh, jetzt schreiben wir hier die ganzen Regeln rein, was er machen soll. So, ähm, das heißt, also, was soll er machen? Also, TreeMatch sieht aus. Ich nehme mal einen Baum. Und, ähm, dann, das ist gerade hier. X. So, ich nehme mal einen Baum. So, und jetzt, ähm, wenn ich hier nur runterschaue, wie das aussehen soll, dann habe ich jetzt hier immer irgendein Pattern, irgendein Muster, und hier habe ich eine, eine, äh, ein Ausdruck oder eine Folge von Ausdrücken. Das heißt also, was ich hier rein schreibe, da soll er ein Pattern nehmen und eine Folge von Ausdrücken. So, das heißt also, ähm, so etwas, ja. Zwei Ausdrücke zum Beispiel, wo man den letzten dann zurückliefern würde. Hier steht jeweils nur ein Ausdruck. So, jetzt ist, äh, jetzt ist, äh, jetzt ist Expro 1, Expro 2 ist da der Schwanz dieser Liste. Das Ganze kann ich in Scheme, also, das ist der, sozusagen, die Liste besteht aus dem Kopf Pattern und dem Rest Expression. Sternse andeuten, das sind halt sozusagen noch eine ganze Liste von Ausdrücken. So, jetzt gibt es aber sicherlich nicht nur ein Pattern. Stern gehört zu den Namen jetzt. Ja, ja, genau. Das ist nur eine Konvention. Genau. Das ist ein normales Cons, dieser Punkt. Richtig, genau. Das ist ein normales Cons. Genau. Hit and take. Genau. Und jetzt gibt es aber nicht nur einen, einen so einen Ausdruck, äh, sondern ich habe ja mehrere. Punkt, Punkt, Punkt. Und, äh, gut. Und was soll er daraus machen? Ja, das muss er jetzt irgendwie umwandeln, etwas, was ich möchte. Ähm, das Ganze ist ein Prozess, der jetzt in mehreren Schritten läuft. Also, ich muss die ganzen Patterns jetzt erstmal analysieren und daraus irgendwelche, äh, Bedingungen machen, die er dann abfragt. Und am Ende muss er natürlich den Wert der entsprechenden Expression zurückliefern. So, das Ganze übergebe ich, ähm, also, ich will jetzt hier, die, auch, mein Makro-Trematch letztendlich weiter verschmutzen. Deswegen geht das Ganze jetzt an den Hilfsmakro. Das nennen wir jetzt einfach AUX for auxiliary. Und, ähm, so, AUX soll verschiedene Sachen können. Also, ähm, die, die erste Sache, die es machen soll, sind sicherlich, also ich habe das Ganze jetzt einfach Compile Patterns genannt. So soll ich einfach nach und nach die Patterns umwandeln, in Ausdruck mit den Schemas anfangen kann. und dann, äh, komm, muss ich natürlich alles übergeben, was ich weiß, ja, dann den Baum übergebe ich und ich übergebe die Pattern. So, und fertig bin ich hiermit, fast jedenfalls. Also, außer, dass ich das weitere Makro hier gar nicht geschrieben habe. Ähm, so, was bedeuten, also die Punkt, 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 das ist Syntax von Syntax-Rules. Und zwar bedeutet das einfach, also, ich meine, das zu erklären ist schwieriger, als das zu verstehen. Ne, das heißt einfach nur, ich meine, dieser Ausdruck kann 0 bis n mal vorkommen. Und dann schreibe einfach, also, immer wenn du das siehst, schreibe das hin. Das heißt, das ganze Syntax-Rules-System ist selber einfach eine Art Pattern-Matcher, allerdings nur für die Werte des Kompiliervorgangs. Und er setzt einfach die Syntax oben durch die Syntax-Rules-Kunden. Damit habe ich jetzt noch nicht so viel gewonnen, außer ich das Ganze so umgeschrieben habe. Das werden wir gleich sehen, was das bringt. So, und die Idee ist jetzt, dass ich diese Patterns nach und nach umwandele. Und das Ganze muss ich jetzt durch einen Prozess machen, wo ich die Syntax immer wieder umschreibe. Und dann, was die Idee ist, dass ich jetzt jedes Pattern, was ich kompiliere, äh, hier nach vorne schreibe. Deswegen mache ich jetzt hier eine leere Liste. Und jetzt, ähm, gehe ich in die Definition von meinem Makro-Aux. So, also, wenn ich jetzt Compile Patterns habe, so, dann habe ich jetzt hier wieder die ganzen Ausdrücke, den Baum vom Anfang, ja. So, und jetzt habe ich hier, gehe ich jetzt davon aus, dass ich, ähm, also, hier schreibt mir einfach rein, und keine Patterns mehr habe zum Kompilieren. dass ich sozusagen so weit schon umgeschrieben habe, bis ich bei diesem Punkt bin. Dann kann ich das Ganze jetzt wirklich umformen in den, in den, äh, Schemausdruck. Also, was ist die Idee? Erstmal mache ich ein Ohr. So, dann gibt es, dann gibt es etwas, das war dieses 12.4.2, das heißt, Endlet Stern. Und zwar, was macht Endlet Stern, ähm, das ist selber wieder, also 12.4.2 wieder über uns im Makro definiert, aber die Idee ist einfach, äh, ich mache, in Endlet Stern schreibe ich jetzt hier, ähm, jeweils wieder, äh, ähm, Clauses hin, die, wo ich, entweder kann ich Variablen setzen, oder ich kann Abfragen machen. Und jedes Mal, wenn ich eine Variable setze, oder eine Abfrage mache, testet er, ob das wahr oder falsch ist, also sprich, ob es nicht falsch ist, oder falsch. Und wenn es nicht falsch, äh, wenn es falsch ist, ist der ganze Endlet Zweig sowieso falsch. Und ansonsten fängt er an, Mutter weiter die Varianten zu setzen, und am Ende führt er aus, was er am Ende machen soll. Das ist aber genau das, was ich will. Weil ich will ja testen, bei dem, ob zum Beispiel, was ich, wenn das schwarz ist, will ich ja testen, ist es schwarz, und wenn ja, führe den Rest aus, und später will ich kompliziertere Sachen durchtesten. So, das heißt also, äh, gleich, ähm, das heißt, äh, was ich jetzt hier reinschreibe, sind, irgendwelche Clauses, die man, die ich durchs Kompilieren bekommen habe, und, ähm, dann, äh, gut, danach will ich jetzt irgendwie, meine, äh, Expressions hier einbauen, und zwar gibt es jetzt, ein, Beginn heißt einfach, ich beginne ja einfach ein Block, und das bedeutet einfach nur, ich meine, wie gesagt, das war eine Liste, das heißt, das ist Beginn, Expression 1, Expression 2, und so weiter, und das liebt einfach nur den Wert der letzten Expression zurück. Das spielt natürlich eine Rolle, wenn ich, ähm, Seitenefekte habe. Ja? Ähm, dieses Endlet-Scherchen, ja? Gibt es dann auch ein Endlet-Holisch-Scherchen? Nee. Okay. Ähm, das, achso, vielleicht, ja gut, also ich habe ja LED eingeführt, ja, also es gibt insgesamt, äh, ja, es gibt mehrere LEDs, ja? Also es gibt LED, LED-Stern, LED-REC, und LED-REC-Stern, und, ähm, was LED macht, ist, wenn ich jetzt, also nur interessant, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig definiere, was LED macht, ich definiere die Sachen simultan. Das heißt also, wenn die rechten Seiten, die zu definierende Variablen enthalten, dann bezieht sich aber diese auf, auf das, was da drüber stand. Während LED-Stern, die Variablen nacheinander definiert. Ähm, aber wiederum, aber LED-Stern ist am Ende eine Folge von LEDs. Und LED-REC, da darf sich die Variable, also dann, dann ist sozusagen die Variable schon gebunden, sobald ich noch die, während ich schon den, äh, 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 wie hier zum Beispiel, also wenn das, also wenn das, also wenn das LED-REC wäre, dann, und hier, hier steht eine Koppenharte auch noch, dann wäre das, würde sich schon hier drauf beziehen. Ja, das, das war so weit genau, aber wollte ich gar nicht sagen. Und LED-Stern, äh, die Idee ist hier dabei, dass ich in jedem Schritt eine neue, neue Variable einführe, und die kann ich weit später schon direkt verwenden, in den Croses. Aber dieses LED-Stern ist schon eine existierende Funktion mit der Sternchen. Das ist genau das Surfie 2. Kurzes Makro. Aber die gibt es auch ohne Sternchen, wenn ich das habe. Ne, die gibt es nicht ohne Sternchen, das ist, weil, das ist glaube ich auch nicht viel, also. Also Stern heißt sequenziell. Ja, ja, genau. Da gibt es nur ein sequenziell. Ja, genau. Also das ist aber, wie gesagt, da hat derjenige sich das so ausgedacht, der hätte es doch nicht LED-Len müssen. Also, da gibt es nichts anderes, genau. So, ähm, so, jetzt machen wir das Ganze hier, ähm, äh, also genau, also, jetzt habe ich hier noch Punkte und Punkte dahinter gesetzt, weil ich ja nicht nur eine, ich habe ja sozusagen mehrere Zweige, ja, für jedes Festland kriege ich so einen eigenen, eigenen Testbaum. Ähm, das heißt, jetzt weiß ich auch, was bei XXX rein muss, ne, das ist ja dann sozusagen meine Crosse. Eine Liste von Crosse, ja. So, und was müssen wir jetzt noch machen? Na gut, also, wenn jetzt alle, also, oder, fokussiert das so, ich meine, wenn das Erste war, ist es schon klar, ansonsten geht das zum Zweiten über. Und, ja gut, ganz zum Schluss, wenn gar nichts war, dann haben wir halt ein Error, ähm, ja, ähm, weiß ich, tree does not match any pattern. Und, äh, gut, dann gehen wir den Baum mal aus, um den Fehler zu sehen. so, okay, jetzt haben wir ein Problem, nämlich, ähm, wenn, sollte zufälligerweise eine Expression schon mal falsch zurückliefern, dann bricht das Endlet auch schon wieder ab. Was aber gar nicht soll, weil ich möchte, also, ne, ich hab ja hier sozusagen, sind ja verschiedene Endlets hintereinander, und der Wert von dem Endlet, das ist der Wert dieser Expression, wenn alle Clause hier erfüllt sind, und wenn aber das letzte falsch ist, dann ist der Wert von Endlet falsch, dann springe ich in den nächsten Roderzweig. Das möchte ich aber gar nicht, denn, wenn hier alle Clause schon erfüllt sind, soll ja nach außen gegeben werden. So, das heißt, ich brauche einen Return, ja? So, soll jetzt nach außen gehen. So, jetzt gibt's, Return gibt's natürlich ins Team nicht, aber das macht ja nichts, weil ich natürlich eins bauen kann. Und Problem ist gelöst, ja? Also, also, ich meine, das sozusagen, Corn Combination ist sozusagen goto-vernünftig, und, also, was ich jetzt hier mache, ist, ich habe immer eine Prozedur rein, in das Corn Combination Coordination, das ist da, wo mein Programm gerade ist, das Ding heißt jetzt Return, und, wenn jetzt hier irgendwo etwas, weil ich jetzt hier bin, geht der Wert an das Return, das Return ist aber die Funktion, wo ich hier gerade war, nämlich da, und dann gibt's dann da raus. Also, das ist aber sozusagen, das ist jetzt auch sozusagen der harmlose Fall von Corn Combination, und das ist einfach, in jeder Sprache mit Exceptions, sonst ist es einfach, wenn ich hier eine Exception werfe, und oben auch fange. Also, deswegen hat das Ding natürlich, also, bräuchte das Ding keine Exception, weil wir die auch sozusagen zu Fuß machen können, hat aber trotzdem welche, weil, die Standardbibliothek einige werfen möchte. Jeder braucht Exception. Gut, so, das heißt also, jetzt haben wir das hier gemacht, aber das hilft natürlich auch nicht sehr viel. Das ist ja sozusagen, also, das ist jetzt, wenn ich das komplett alles, also, hier heißt es ja schon, dass ich gar kein Pattern mehr habe, alles Clause geworden ist, und jetzt muss ich natürlich das Problem lösen, was mache ich, wenn jetzt noch mindestens eins hinten steht. das interessiert mich jetzt nicht mehr, ja, das nenne ich jetzt einfach E. Der Baum lassen wir hier. So, jetzt habe ich irgendwelche Clause, die interessieren mich jetzt auch gerade nicht, und hinten habe ich jetzt noch mindestens ein Pattern stehen. So, okay, was kann ich jetzt machen? Na, jetzt muss ich das Pattern einfach formulieren, ja? So, was soll ich das ganze String ausdrücken hier vorne eigentlich? Naja, er macht ja, er macht ja beim Makros einfach nur Pattern-Matching. Das heißt, ähm, wenn die jetzt hier oben was anderes steht, was hier nicht auftaucht, dann würde er halt melden, er hat nichts gefunden. Alternativ könnte ich jetzt auch dauerne neue, neue Syntax definieren, wer das möchte, aber so ist es ein bisschen einfacher, ja? So, das ist alles Kumpelzeit ausgeführt. Ja, genau. Also, es ist, also, wie möchte ich hier auch schon, in kurzer Zeit, dass es offensichtlich die Turing vollständig ist, das heißt also, Kompinationsvorgänge dürfen auch, wie lange dauern. So, ähm, also, ähm, ja, jetzt, ähm, nehme ich also den Tree, den brauche ich nicht, das Pattern möchte ich gerne kompilieren. So, das ist im Prinzip die Idee. Okay, das heißt, jetzt definieren wir als nächstes, was macht Compile Pattern? Jetzt nehme ich den, äh, Baum, und jetzt haben wir schon eine Sache, haben wir gerade eben gesehen, die ich brauche, zum Beispiel das Pattern ist Black. So, was das jetzt zurückliefern soll, sind ja offensichtlich, äh, ist jetzt irgendein Test, ob etwas, ob etwas nur aus einem, Knoten, besteht, äh, aus dem Blatt besteht. So, wie mache ich das? Was? Na ja, ähm, äh, ich muss einfach nur testen, dann brauche ich das jetzt hier gerade, äh, dass ich einen schwarzen Baum habe. So, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt diese Syntax für dieses Endlet, ja. Also, ich teste, ob mein Baum schwarz ist, versetze ich dadurch, und, was muss ich auch noch testen, dass nichts drin ist. Das war ja, Blätter hat ja gesagt, das sind die Items falsch. Gut. Fertig. Das ist aber jetzt leider auch nicht, äh, nicht wirklich fertig. Also, nochmal kurz zur Idee, also, er will nach und nach die ganzen Patterns kompilieren. Dazu, äh, nimmt er jetzt, ähm, genau, das ist das erste her, ruft er diese Compile Pattern auf, und für dieses, wenn dieses Pattern zum Beispiel aber nur aus Black besteht, dann soll er das ersetzen, durch, etwas was später hier hinkommt, diese Clawses, ähm, durch eine Reihe von Abfragen, die alle erfüllt sein müssen, nicht? Ähm, und das eine ist eben, dass dieser Baum schwarz ist, und, dass der, ähm, dass eben nichts drin ist, das ist ein Blatt. Das Problem ist nur, was macht Scheme? Also, Scheme, ich mach mal ein Trematch, dann lande ich da, dann lande ich da, und dann lande ich da, und was am Ende ausgespuckt wird, ist einfach nur diese Zeile. Was ich immer gerne möchte, ist, dass diese Zeile hier eingesetzt wird. aber, was ich, äh, was ich, das heißt, was ich eigentlich machen wollte, wäre, wo hier Clawses steht, hier, bei Clawses dieses Makro da einsetzen, also ich schreibe mal dieses Makro da hin. das geht aber nicht, weil, ähm, das Makrosystem, was Team so funktioniert, das, äh, ist immer nur, immer nur in der ersten Position ausgewertet wird, also ich über, ich übergebe sozusagen, also, da, da ist sozusagen die Auswertung, äh, Lazy, also ich werte sozusagen nie Makro-Argumente aus, sondern ich übergebe das alles. Was natürlich auch wichtig ist, weil ich ja sozusagen das Makro eigentlich alles machen soll. damit, so, das heißt aber, das nützt mir jetzt alles gar nichts. Aber, was ich machen kann, und da sieht man auch, dass ich kann, ähm, einfach natürlich sagen, ich kann dem Compile Pattern einfach sagen, was er machen soll, wenn er fertig ist mit dem. Also ich übergebe dem Compile Pattern einfach noch einen weiteren Parameter, nämlich K, Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer K, Punkt, Punkt, Punkt ist, ganz egal, er soll einfach, äh, AUX aufrufen mit K, Punkt, Punkt, Punkt und gibt als letztes dem ganzen Ding noch dieses Argument. So, und jetzt, ähm, muss ich natürlich das hier auch ändern, was ich hier gemacht habe, weil das jetzt natürlich nicht mehr stimmt. Ja, was soll er jetzt machen? Ja gut, dann ist das K, was hier übergeben wird, nennen wir jetzt einfach mal Add Pattern. Okay, und jetzt muss er natürlich noch, äh, was er jetzt in der Zwischenzeit verloren hat, ich muss ja diese Angabe von E, Tree, und Pattern, Stern noch retten. So. Und was soll jetzt dieses Add Pattern machen? Okay, was bekommt Add Pattern? Bekommt dieses E, Tree, Pattern, Stern, und, äh, achso, das Clause sollt ihr auch noch retten hier. Und, äh, und jetzt bekommt es noch übergeben, die neuen Clause. Das sind nämlich die, die ich hier unten produziert habe. Und jetzt ist klar, was Add Pattern macht, das muss er wieder Compile Pattern aufrufen, also Compile Patterns, in dem ich, also erstmal muss ich wieder, äh, Tree, der kann ja worum abschreiben, so die Clause, die sind jetzt die alten Clause, und dann kommen die New Clause dazu. Genau, so, also das muss ich aber oben entsprechen dann, ja, so, dann kommen die New Clause dazu, und, ähm, äh, ansonsten muss ich mein Pattern da, also jetzt muss ich hier wieder in die Form von den Compile Pattern kommen, jetzt steht einfach Pattern Stern da, und jetzt sehen wir, nach diesen Schritten haben wir das ganze Problem reduziert. Nämlich, äh, jetzt steht eine, haben wir mehrere Clause mehr, und ein wenig aber Pattern Stern. Okay, das hoffe ich dann, grob klar. also das Programmierende ist natürlich etwas umständlich. Also ich muss sozusagen, gibt es keine Library für Klettern oder so? Natürlich, ja, aber, äh, das macht ja keinen Spaß, also, nee, ich wollte ja ein bisschen Programmiersprache vorstellen. Ja, sehr klar. Ähm, und, äh, wie gesagt, also, ich will damit auch sagen, dass, ähm, wenn ich jetzt, wenn mir irgendwas da nicht gefällt an dem System, und etwas fehlt, also zum Beispiel statische Typisierung, dann programmieren es ja halt. Das ist halt entsprechend aufwendig. Wenn ich kein Kompiler programmieren möchte. Genau. Ähm, die Idee ist natürlich jetzt, also jetzt kommen natürlich ein paar andere Sachen noch dazu, dass ich irgendwann ein Makro definiere, was mir solche Makros ausspuckt. Weil das ist auch, das ist auch der Pattern Matcher, den es für das Scheme gibt, das ist nämlich auch einfach nur ein Makro, was diese Makros auswirft. Ist denn das ein optimierender Pattern-Kompiler? Das könnte man auch machen. das ist sozusagen ein anderes Projekt, was ich hier vielleicht irgendwann mal vorstellen wollte, wäre, also, ich habe Makros geschrieben, was Ausdrücke, die ganz normal geschrieben sind, also, die aussehen wie Scheme, übersetzt in diesen Contination-Parsing-Style, und dann das ausspuckt. Also, ich meine, das ist ja sozusagen auch eine mechanische Transformation, die ich hier gerade im Kopf gemacht habe. Ähm, genau, das ist sozusagen der Beweis auch, dass es sozusagen Turing vollständig ist. Also, also als Makro geschrieben, ein Compiler, der der halbwegs benötigtes Programm übersetzt, als Makro. Ja? Eine Frage noch, die ist vielleicht ein bisschen hochfallerlich, wo man gerade dieses Beginn hört. Das ist ja eigentlich ein festes Schlüsselwort. Ja. Muss man das nicht noch irgendwie escape oder single quote vor dem Schatten oder so? Nein. Also, danke für die Frage. Aber, also hier bei dem Beginn muss ich jetzt nichts machen, weil, also ich kann ihm hier alles hinschreiben. Das Makro spuckt das einfach aus. Das Einzige ist nur, wenn ich jetzt, wenn Expressions Stern jetzt schon Schlüsselwort wäre, dann würde er das natürlich ersetzen durch die Variable, die da oben steht. Okay? Ich sage nochmal da rein, so taktisch. Bis Beginn, ist das ein Festvertrag, das Schlüsselwort, oder ist das auch noch eine Special Form, wie das dann? Also Beginn ist, es hat ein, das ist eine Special Form. Das ist sozusagen, jetzt bei Skin Base, das ist im Prinzip einfach nur sowas wie, äh, das ist ein vordefiniertes Makro, sowas. sequentieller Ausdruck. genau. Und das ist in diesem Skin Base voll definiert. Ja, Der Emacs, der highlightet das, weil das, wie man anzunehmen ist, dass man das in dem Sinne benutzen möchte. Genau, ja, ja, genau. Wenn ich das umbinden, der Emacs ist da zu doof, kriegt es mit, wenn ich das definiere. Ja, wenn ich die Fahnen mittags nicht importiere, kann ich natürlich nichts Neues machen. Würde ich widersprechen. Also was, die mit Mixen kann ich nichts machen. Das ist die einzige, einzige richtige Reaktion, bei dem ich definiere, Beginn, um es eigentlich, dass eine Hand aus dem Lattopferd, der so eine runterhaut. Also wie gesagt, die, ist die Frage, ich meine, ich kann da, also ja, was jetzt im Scheme Base drin ist, das ist sozusagen, das ist halt festgelegt durch den Report, aber ich kann natürlich was anderes reinstecken und ich schreibe meine eigene Basisbibliothek. Das ist natürlich kein Problem. Die drei Punkte sind so ein taktisch und normales Symbol. Also genau, das ist vielleicht auch mal das. Also, die Punkte, die werden auch exportiert von Skin, Base und die drei Punkte, die kennt, die fallen Syntax und immer wenn drei Punkte hier auftauchen, heißt es das, was man offensichtlich darunter vorstellt. Also diese Formal-Defination ist schwieriger und die müssen dann entsprechend genauso häufig hier auch erscheinen. Also wenn ich die jetzt hier nicht schreiben würde, dann wüsste, das Makrosystem nicht was mit Expression-Stern machen soll, weil es hier mehrfach auftaucht. Also es müssen sozusagen immer genauso viele, also wenn ich hier oben n mal drei Punkte hinter etwas erscheinen, müssen sie ja auch n mal drei Punkte erscheinen, damit das verteilen kann. Ich weiß, ob ich hier drei Punkte sind, wegen dem Expression-Stern bis zum zur gleichen Zeile ist. Genau, aber was direkt der Ausdruck davor. Also Clauses und Expression-Stern. Und wenn ich jetzt hier drei Punkte machen würde, also habe ich ja da oben hier, dann müssen die beiden jeweils mit drei Punkten hinter erscheinen. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich drei Punkte eigentlich verwenden will, aus welchen anderen Gründen, dann kann ich auch hier noch was ändern, dann kann ich auch hier irgendwas davor schreiben und dann hat er Doppelpunkt, 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 ab sofort. Sind wir jetzt fertig? Nee. Genau, ich will da auch zwei, drei Sachen noch zu sagen, vor noch. Also die andere Frage war, Beginn kennt er durch Beginn kennt er durch durch das Import. So, jetzt ist es aber so, jetzt angenommen, ich würde dieses Makro jetzt benutzen in einer anderen Übersetzungseinheit beziehungsweise in irgendeiner Prozedur, wo ich Beginn umdefiniert habe. Also wo Beginn irgendwas anderes ist. Dann würde er ja dann sozusagen diesen ganzen Ausdruck ersetzen und dann ist die Frage, welches Beginn er dann benutzt. Aber auch hier gilt wieder, dass das Ganze komplett lexikografisch geskopt. Also deswegen heißen diese Makros auch hygienisch. Das Beginn, was hier steht, ist immer das, was gültig war zum Zeitpunkt der Makro-Definition. Das heißt also, wenn ich das Makro benutze, sind die Interna des Makros völlig belanglos für den Benutzer. Er kann alles umdefinieren, ja? Die Dinger, das merkt es sich sozusagen. Das funktioniert so, dass das Makro das Makro merkt sich den syntaktischen Kontext, in dem es ist. Und wenn es dann expandiert, dann sind die eigenen Sachen, die expandiert werden, in dem syntaktischen Kontext nachgeschaut, den das Makro sich gemerkt hat. Dinge, die der Benutzer des Makros übergeben hat, zum Beispiel Expressive Stern, die werden angeschaut natürlich in dem syntaktischen Kontext des Benutzers des Makros. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Problem. Hier steht Black. Jetzt ist aber Black eine ganz normale Variable. Das heißt, wenn derjenige Rot reinschreibt, dann würde er einfach hier Rot, okay, dann ist Black halt Rot an der Stelle. Deswegen muss ich hier, das sind diese tollen Klammern, deswegen sage ich Black ist ein Schlüsselwort für dieses Makro und damit muss er Black, muss buchstäblich Black sein. Aber auch hier gilt es lexikalisch, das Black ist nicht, das muss nicht wortweise gleich sein, sondern Black muss das Black sein da oben. Also immer nämlich das, was das Makro gerade kennt. Die Idee ist jetzt, also wir schreiben jetzt das Makro zu Ende, was dann sozusagen so ein Pattern-Matcher ist für unsere Raumstruktur. Die Idee ist natürlich dann, dass man irgendwann, also ich kann ein Makro definieren, was einen abstrakten Datentyp definiert, so ähnlich wie wir was bei Haskell haben und was dann sozusagen den Pattern-Matcher automatisch mit ausspuckt. Vielleicht könnt ihr auch immer eine genau für den Programmierkurs ja dann später in der Arbeit sein. Gut, so dann gehe ich mal ganz kurz wieder also so das ist der Artikel von dem ich habe. Jetzt wieder nicht zu. Noch ein bisschen hinter noch ein bisschen so viel, was vielleicht ein paar Leute melden. Ja? Also alle, die beim Professor Hage in der Augsburg die an München- und Lagerstrukturen haben, da gibt es ja die A-B-Läume und die Schwarz-Läume sind ein Spezialfall- drehen. Vielleicht ist das eigentlich noch jetzt der Mensch. Okay. Genau, das ist der Artikel, wo es auch um das Löschen geht. So, also vielleicht grundsätzlich ist, also nochmal die Baumstruktur ist klar, jetzt gehe ich, ich suche hier nur die Bilder von dem, ich habe es nicht mehr geschafft noch Bilder zu machen. So, jetzt gehen wir erstmal ums Einsetzen in so einen Baum. Jetzt haben wir hier so unten so drei, vier problematische Beispielsbäume und zwar war vorher war dieses Ding nicht da. So, jetzt setzen wir das Objekt X ein und das Objekt X stellt sich heraus, dass es kleiner ist als Y, also muss es in den Baum hier reinkommen. Jetzt möchte ich, jetzt hatten wir als eine Forderung an diese Bäume gestellt, dass die Länge von zwei Kanten nie unterschiedlich ist. Und zwar, wenn ich die Länge messe anhand der schwarzen Knoten die schwarze Länge ist sozusagen immer gleich. Das ist eine globale Forderung an den Baum und deswegen möchte ich auch nach Möglichkeit nicht kaputt machen, denn wenn ich es an irgendeiner Stelle kaputt mache, dann habe ich es ziemlich schwierig, dann muss ich den ganzen Baum angucken, um den wieder zu korrigieren. Also macht man das einzig Richtige, man setzt einen roten Knoten neu ein, denn das ändert die schwarze Länge nicht. So, das kann aber wenn der Knoten zufälligerweise auch rot war, was in diesen drei, in diesen vier Fällen der Fall ist, dann habe ich ein Problem, also wenn er schwarz gewesen wäre, wäre es kein Problem, weil ich ja nicht zwei rote hintereinander haben darf. Das ist aber jetzt ein lokales Problem und deswegen, und das lokale Problem kann ich jetzt beheben, indem ich diesen Baum einfach umsortiere und alle diese drei Bäume, vier Bäume kann ich verwandeln in diesen da. Also, die sind genauso angeordnet wie vor, x kommt vor y kommt vor z und das geht bei diesen drei Bäumen auch. Ja, also genau, ich kippe den da unten, den ziehe ich hoch. Also das heißt, hier balancieren, aber bei rotieren auch noch kommt, aber das ist sozusagen die Frage, wie man es nennen will. Genau, also hier, das können natürlich jetzt Blätter sein, was es wäre, wenn ich x neu angebaut habe, aber der Algorithmus läuft dann iterativ ab. Das heißt, das können auch noch ganze Bäume sein. Hier habe ich das Ganze so umgesetzt. Jetzt müssen wir noch schauen, ob die, ob die, ob das Ganze auch wieder in Ordnung ist. Also offensichtlich haben wir das Problem mit dem zwei Roten gehoben und jetzt müssen wir noch gucken, ob alle gleich lang sind, eine schwarze Länge gleich geblieben sind. Die waren vorher gleich lang, müssen wir gucken, ob sie immer noch gleich lang sind. Und wenn man jetzt schaut, wenn man vor der Wurzel geht zu dem a, ja, dann, Entschuldigung, von dem y zu dem a hier, ne, ne, was soll ich sagen? Der Wurzel des Baums zu dem a. Genau, ich habe hier jeweils immer einen schwarzen, den schwarzen habe ich oben natürlich auch. Das ist der. Genau. Und das Ganze gilt für die anderen genauso. Hier ist auch jeweils der eine schwarze, das ist also nur entsprechend spiegelbildliche Anordnung. Das Problem ist also gelöst, das ist eine lokale Transformation. Und jetzt habe ich, jetzt kann es natürlich sein, dass dieses Ding hier natürlich oben weiter am Baum dran hängt, dass hier oben auch was Rotes war. Und dann muss ich das Ganze eben nochmal machen, wenn ich wieder zwei rote übereinander habe. So, wenn ich meinen Pattern-Match jetzt noch ein bisschen ausbaue, der nicht nur, also der sozusagen hierarchische Strukturen erkennt, dann ist es natürlich ganz einfach, weil dann kann ich immer sagen, wenn ich solche Bäume drin habe, dann balanciere ich die. So, das heißt also, was ist die Idee, wie füge ich etwas ein in den Baum? Ich nehme jetzt das X, was ich einfügen will, laufe den Baum runter, suche, wo das X hin muss und dann kommt es irgendwann anstelle eines Blattes neu rein. Ich färbe es automatisch rot, damit ich den Fehler nicht mache mit den unterschiedlichen Schwarzen Längen und dann muss ich von dort aus hochgehen, solange ich immer noch zwei rote hintereinander habe. Jetzt kann man sich fragen, wie lange dauert das? Naja, suchen dauert Log N und hochgehen dauert auch Log N, weil ich ja immer nur, ich gehe aber jemals einige Ebenen höher in dem Baum, das heißt, ich habe O von Log N einsetzen. Und das Ganze kann ich natürlich, habe ich, also, das ist sozusagen komplett funktional, weil ich nichts, also ich erinnere ja sozusagen lokalen Bäume immer nur ab, das heißt, es ist so eine persistente Datenstruktur, deswegen habe ich es auch Immutable Maps genannt und ja, das heißt, ich produziere maximal Log N, O von Log N Knoten irgendwie neu, also den gesamten Weg, ich gehe so oben, gehe, ja. Wenn ich das Ganze im C implementieren wollte, wäre es sozusagen haariger, weil ich dann mehr merken muss, also da muss ich ja irgendwo in meiner Speicherverwaltung mehr einiges merken, das ist sozusagen eine Sprache, die Garbage Collection hat wesentlich einfacher. Okay, gut, also das ist, das bedeutet, dass wenn ich, also ich habe eine Abbildung, eine iMap, und jetzt nehme ich die und füge da ein Element hinzu, oder lösche eins, dann kriege ich eine neue, aber wenn ich weiter noch eine Variable habe, die meine alte beinhaltet, auf meine alte gesetzt ist, dass ich dort nicht sehe, was ich gemacht habe. Aha. Was eigentlich bemerkt, dass man nicht im, dass man in place irgendwie rummöcht. Ja, genau. Also wenn ich jetzt, nicht die Strukturen haben. Genau. Also angenommen, ich möchte zum Beispiel einen Scheme Compiler implementieren, dann habe ich, dann muss ich mir ja merken, da brauche ich ja irgendwie meine syntaktische, meine syntaktische Umgebung an jeder Stelle. Das heißt, ich habe hier immer an jeder Stelle im Programm, bedeutet x, bedeutet das, y, bedeutet das, z, bedeutet das. Wenn ich jetzt neue Sachen deklariere mit define, dann kommen die einfach dazu. Das ist kein Problem, das kann ich auch sozusagen überschreiben, also das kann ich auch destruktiv machen, weil die sozusagen sowieso global gelten, die defines. So, aber sobald ich ein LED habe, muss ich ja meine Datenstruktur, die muss ich wieder zurücksetzen, wenn ich mein LED verlasse. Und eine Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ich nehme eine destruktive Datenstruktur, da kommen dauernd neue, die Varianten überschreibe ich und dann muss ich am Ende aber das Ganze wieder rückgängig machen, wenn ich mein LED verlasse. Das ist auch so, wenn man 17 plus 1 rechnen möchte, kriegt man eine frische 18 und damit die 17 nicht zerstört, wird die 18 umgebrüstet. Genau, aber wie gesagt, das wäre ja auch sozusagen mit dem Zerstören auch kein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Programmiersprache wie Java oder so etwas kombinieren wollte. Wie gesagt, die haben zwar auch lokale... Die Frage ist, ob man es nachher noch braucht. Oder normalverwendet sein. Ja, ich kann... Wenn man ihn ja verwendet, dann kann man es wegwerfen. Genau, aber bei dem Makrosystem, darauf wollte ich hinaus, da merkt das Makrosicher seinen eigenen syntaktischen Kontext. Das heißt, wenn ich das Makro in einem Let benutze, braucht das Makro noch den alten syntaktischen Kontext. Den darf ich nicht überschreiben. Und deswegen ist natürlich da zum Beispiel, um zum Beispiel einen Scheme-Compiler zu schreiben, so eine funktionale, nicht destruktive Symbol-Tabelle genau das Richtige. Deswegen bin ich auch schon mal drauf gekommen, das jetzt anzugucken. So, okay. Also das ist jetzt... Das ist im Prinzip der Alphabet von dem Okazaki. Also ich meine, das ist auch sozusagen eigentlich wenn man es sozusagen in Implementation in C sieht, destruktiv, dann sieht die ganz ähnlich aus, wobei man das dann imperativ noch verbessern kann. Also da muss man sich, guckt man sich noch irgendwelche Nachbarn hier an. Das sind acht Fälle. Aber grundsätzlich funktioniert es genauso. Weil man dann also noch weniger Änderungen braucht. Also das ist sozusagen, okay. Und wie geht es jetzt? Jetzt ist das Problem mit dem Löschen. Und das ist sozusagen das Neue. So, also löschen. Wie gehen wir da vor? Ja, eine Frage? Wann fände ich jetzt der Fall ein, dass die schwarzen in der Säge 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 dann erhöhe ich natürlich die schwarzen Länge um eins, aber vor alle Wege gleichzeitig. Danke für die Frage, das fehlte nämlich noch sozusagen. Also ganz am Ende schwert sich die Wurzel fertig. Also dein so schwarzen Problem hat mir nur schwarze Wurzel? Momentan. Also aber prinzipiell, Aber hier sozusagen, also so wie der Alkohol funktioniert, hat es immer schwarze Wurzel. Und dann kann ich ja nicht einfach die größere schwarzen machen, dann muss ich mich ja wieder um die andere abwürfen. Da habe ich ja wieder Arbeit. Ne, muss ich nicht. Schwarze dürfen hintereinander stecken. Ach ja, ja. Genau, deswegen ja sozusagen das Problem, also wenn ich die letzten beiden rot sind, fertig, die Wurzel schwarzen wird fertig. Ja, also genau, weil ich wie gesagt brauche hier oben diese Schwarz um diesen Algorithmus machen zu können. Danke, genau. Das war sozusagen ein wichtiger Punkt, der noch fehlte. So, jetzt löschen wir. Also, wie löschen wir? Na, wenn wir was Leeres haben, kommt das Leere raus. Der Algorithmus ist einfach. Das entspricht beim Einsetzen, wenn ich etwas einsetze, was schon da ist. Da passiert auch nichts. Also es ist sozusagen ein bisschen dual zum Einsetzen. Also der Punkt steht für einen leeren Baum? Ja, ja, das ist der leere Baum. Also nichts. Das ist nichts. So, wenn ich jetzt hier so etwas Rotes habe, dann wird es auch zu nichts. Also wenn ich jetzt gerade jetzt der Punkt ist, ich will das V löschen. Und wenn ich jetzt hier das V löschen will, dann kann ich das auch machen, indem ich einfach natürlich das V ersetze durch das X und die, ich meine, da das hier oben schwarz ist, das ist völlig in Ordnung. Also es gibt keine Verletzung von Rot-Rot und die Fahrtlänge ist auch wieder erhalten, weil ich immer alles auf die schwarze durchgehen muss. Ja, da kommen wir gleich dazu noch zu den Problemen. Also noch ist es sozusagen einfach das löschen, ja? So, die Frage ist jetzt, kann es ja nicht passieren, dass wenn man v löscht, dass dann an der anderen Seite zwei hängen oder es ist wirklich nur dieser Baum mit einem Element? Nee, also wenn jetzt das ist jetzt nur der Baum mit einem Element, oder? Ja, genau. Nee, nee, wenn jetzt hier noch was dranhängt. Achso, ja, genau. Also, ja, danke. Also, wenn ich jetzt kein Blatt lösche, was mache ich dann? Ja, dann gucke ich sozusagen, welchen Nachfolger habe ich da. Dann setze ich den ersten Nachfolgerbaum rein, wohin sollen, lösche dann den alten Nachfolger. Ja, also wenn ich habe eins, drei, fünf, sieben und ich will die drei löschen, dann schreibe ich die fünf hin, wo die drei ist, das ist soweit in Ordnung. Und dann muss ich aber diesen alten Knoten fünf löschen. Ja, also es ist sozusagen, ich kann, ich muss sozusagen, ich komme sozusagen immer in die Blätter, ja? So, das heißt, wenn ich dieses Löschen mache, dann lande ich da, das ist auch in Ordnung. Jetzt gibt es aber ein Problem, nämlich wenn ich den hier Schwarzen lösche. Wenn ich dieses V lösche, dann erniedrigt sich die Länge um eins. Das war bei dem Roten kein Problem, weil das Rote zur Schwarzen Länge nicht beiträgt. Und die Idee ist jetzt, und das war sozusagen die neue Idee von denen, das ist ja einfach die Idee, dass man sich das so gut merken kann, ist eine neue Farbe einzuführen, die nennt sich ja Doppelschwarz. Also, das hier ist ein einfach schwarz geladener Knoten, und die führen dann noch einen doppelschwarz geladenen Knoten ein. Der zählt dann zwei für die Schwarzen Länge. Jetzt habe ich den nicht doppelschwarz, sondern mein Programm heißt er weiß. Ich male den auch weiß. also schwarz, also schwarz, schwarz gibt. Also schwarz, schwarz, schwarz gibt. Es muss doch immer noch balanciert sein im Sinne von maximal zwei. Rote, ja, ja, weil das ist momentan beim Löschchen gar kein Problem, ja? Wenn es noch ein Element ist, klar, wenn es jetzt irgendwie so ist, dass dieses Element... Wenn ich einen roten Rausch lösche, ist auch noch egal. Ja, aber das ist... Aber das ist nur die Schwarzen, die da oben alles jetzt... Genau. Es gibt ja auch nicht die Regel, dass irgendwie immer nur zwei... Das können wir nämlich viele Rote noch. Ja, aber das dürfen nicht zwei Rote nebeneinander kommen. Das heißt, es können... Es muss aber mindestens ein Schwarzer dazwischen sein. Das heißt, die maximale Länge kriege ich so einen Reißverschluss. Ja, abwechselnd. Und dadurch hat man diese Sache die Eigenschaft schon garantiert. Ja, genau. Das ist maximal zwei Rote. Genau. Und die Frage ist, wie man es Schwarz löscht. Und die Idee ist, man fügt eine Farbe doppelschwarz ein, also weiß. Besser wäre es gewesen, wäre es vorher grau-rot-bäume gewesen, da hätte man jetzt Schwarz mit doppeltgrau nehmen können, aber gut. So, das heißt also, wir haben es umgekehrte Polarität, aber das ist irgendwie schlecht, weil das für die Doppel zählt. Also das ist sozusagen jetzt der neue weiße Knoten. Das heißt also, ein Schwarzer wird zu weiß. Und zwar der sozusagen der drüberstehende müsste weiß werden, damit ich die Länge wieder erhalte. Naja. So, und jetzt ist die Frage, was kann jetzt passieren? Also das Problem ist, ich will die Weißen dann nachher loswerden. Die Idee ist, ich füge, ich mache diese weißen, diese weißen Knoten kommen temporär in diesen Baum rein, damit ich meinen Löschprozess durchführen kann. Und am Ende des Löschprozesses möchte ich die weißen gerne wieder weg haben. Und das entspricht, also ein Baum mit weißen Knoten ist kein rot-schwarz Baum. Aber beim Einfügen gibt es auch Bäume, die keine rot-schwarz Bäume sind. Nämlich, zu gewissen Zeiten sind nämlich zwei rote übereinander. In dem Sinne ist das hier genauso. Ich habe hier sozusagen so einen fast rot-schwarz Baum mit einem weißen Knoten da drin. So, und die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? was bedeutet das jetzt? Durchs Löschen ist jetzt hier ein weißer entstanden, weil ich jetzt hier zum Beispiel den schwarzen rausgenommen habe. Das bedeutet, dass auf dieser Weg hier, hier zählt es zwei und hier zählt es eins. Das heißt, hier unten müssen irgendwo noch mindestens mal schwarze hängen, die jetzt hier parallel nicht dazu hängen. Das ist durchs Löschen entstanden. Und dann habe ich einen guten D-Fall kann es noch geben und diesen Fall. So, jetzt werden wir was wir damit machen können. Also, diesen hier, den können wir jetzt so auflösen. Also, wir machen, das nennt er jetzt Rotation, aber das ist jetzt auch eine Geschmacksfalle, wie ich das nennen möchte. Was er jetzt also, also, an der Anordnung ist, warum jetzt hier nichts passiert. Der weiß ist offensichtlich nicht weg auf der Seite. Jetzt müssen wir noch sehen, ob das passt. So, A, B runter, gehe ich, über zwei schwarze, nach D und C runter, gehe ich, über einen schwarzen. Genau das was sein soll und es hängen auch keine zwei roten aneinander. Das heißt, diese lokale Transformation entlädt das Weiße, das Doppelschwarz und verteilt ist. Wieso können nicht zwei rote übereinander hängen danach, wenn es C an der Wurzel rot ist? Achso, Entschuldigung, ja, genau. Hier kann doch immer was passieren, aber ich habe ja auch noch das alte Balancieren. Das heißt, ich muss natürlich, klar, wenn ich diesen Baum erzeugt habe, muss ich hier wieder anfangen, zu korrigieren. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir den Fall, also hier, vielleicht noch mal ganz kurz, das ist Racket, das ist sozusagen Scheme mit Batteries included. Das war das, was ich einfach meinte. da gibt es dieses Pattern Matching schon und das ist BB, sein weißer, ja, Black Black und das ist genau das, was er jetzt hier macht, ja. Also, wenn ich nur, wenn ich einen roten Baum habe, wo hier ein schwarz, also ein weißer Baum dranhängt und hier hängt ein schwarzer, dann, ähm, dann balanciere und das ist genau das, was da steht, ja. Minus B heißt, ich mache aus schwarz, schwarz, schwarz. Das ist aber nur eine Funktion, ja, aber die Farbe auch schwarz, also, ja, das ist so genannt. Richtig, genau. Also, ich bin minus minus, kann man. Genau, aber wie gesagt, der Vorteil ist, der darf man gar nicht die Sachen halt beliebig nennen, ähm, genau. Also, der muss das Makrosystem, also, der muss halt diese Matcher nicht programmieren. So. Jetzt haben wir diesen Fall, ne, ich weiß, schwarz, schwarz, dann, gut, also, ich meine, wenn man sozusagen weiß, was rauskommt, kann man überprüfen, ob es passt, ja, und da sehen wir auch wieder, also, erstens, das Problem ist, es können wieder zwei rote geben und die Längen sind jeweils alle gleich, nicht nach AB ist die Länge 3 und nach CD ist die Länge 2 und das weiße Problem ist nach oben gegangen. Das heißt, ich muss jetzt zwei Sachen machen, ich muss das hier korrigieren und ich muss hier was machen. Das weißt du. Okay. Was wäre denn, wenn weiß dann ganz hoch, aber dann muss ich das? Kommt noch? Nein. Äh, genau. Ähm. Das ist jetzt sozusagen, jetzt kann ich hier, also wiederum bauen, drei schwarze, ja, und jetzt haben wir noch den letzten Fall und jetzt kann man, also es steht hier hopeless, also wenn man jetzt versucht, dieses Problem zu lösen, dann kommt man da auf keinen grünen Zweig, aber, was man sich überlegen kann, ist ja, ja, wir füllen jetzt keine weitere Farbe grün ein, ähm, sondern wir machen eine kurze Überlegung, hier, äh, hier muss noch was dranhängen, weil, äh, es hier auf alle Fälle länger runter geht, das heißt, hier ist der Weg ja drei, hier ist der Weg nur eins, das heißt, hier muss auf alle Fälle was dranhängen und es kann nicht rot dranhängen, also muss hier schwarz dranhängen. Ich meine weiß kann auch nicht dranhängen, weil ich ja nur an einer Stelle gelöscht habe und ich habe immer nur maximal einen weißen. So, das heißt also, das Ding sieht in Wirklichkeit so aus und jetzt habe ich mehr Freiraum und jetzt kann ich das ganze Ding dahin umbauen. Und das sind die Transformationen, die man braucht. So, jetzt ist die Frage, was ist mit weiß ganz oben? Und da haben wir jetzt wieder eine Art Dualität zwischen, zwischen löschen und einfügen, ähm, wenn ich, äh, wenn ich einfüge, dann füge ich ein und am Ende färbe ich die, wenn es möglich ist, färbe ich dann die, äh, Wurzel schwarz. Und wenn es nötig ist, ja, wenn es nötig ist. Und was ich jetzt hier mache ist, hier färbe ich, bevor ich lösche, die Wurzel rot. ähm, wenn ich es kann. So, warum? Also, wenn ich die Wurzel rot färbe, also wann kann ich die Wurzel nur rot färben? Na, wenn die alte Wurzel nicht, keine roten Kinder hat. Das heißt also, nur in dem Fall. Dann, äh, habe ich auf alle Fälle eine rote Wurzel, Moment, da habe ich auf alle Fälle irgendwie so eine rote Wurzel, und wenn da jetzt was Weißes ankommt, dann, äh, ist das Weiße weg. Ja, dann habe ich das Problem mit dem Weiß gelöst. Und wenn ich die Wurzel nicht rot färben kann, am Anfang, dann liegt das nur daran, dass sie mindestens ein rotes Kind noch hat. Das heißt, da muss ich mir jetzt noch Fälle angucken, ähm, wie, äh, irgendwo muss ich jetzt hier schwarz, rot, weiß oder sowas. Da. Dann muss das so ausgesehen haben, ja. Also, die kann ich nicht rot färben, weil sie ein rotes Kind hat, und wenn hier was Weißes vorbeikommt, dann habe ich das Problem aber auch gelöst, und das Weiße war weg. Das heißt also, deswegen hatte ich vorhin gerade gesagt, äh, die Wurzel ist immer schwarz, ist auch jein. Also beim Löschen färbe ich sie erst rot, wenn ich kann, und dann ziehe ich meinen Löschvorgang durch. Ähm, und damit habe ich, äh, äh, genau, damit ist das komplette Löschen hinter sich gebracht. Genau. So. Und, äh, damit sind wir auch hier, was das betrifft, fertig. Dann gucken wir uns jetzt noch das, ähm, fertige, Programm an. Ähm, Entschuldigung, achso, Quatsch, natürlich. Ja, äh, ich, äh, ich, ähm, äh, dann, äh, so. Ähm, so. Okay, so, äh, jetzt gucken wir uns, äh, das Ganze noch mal an, also, äh, so viel ist jetzt hier nicht passiert, was wir jetzt gerade, äh, in Nullzeit geschrieben haben. Ähm, also hier ist schwarz, und jetzt ist weiß dazu gekommen, ja? Brauchen wir ja noch. Und, ähm, hier teste ich jetzt, ob was weiß oder schwarz ist. Und mein True-Wedge ist auch geblieben. Ähm, jetzt habe ich hier neue Syntax eingeführt, Fragezeichen, werden wir gleich sehen. Also, und zwar, warum habe ich das gemacht? Na, ich will, äh, will nachher noch Fragezeichen als Syntax verwenden. Das steht hier. Jetzt gibt es im Schema aber kein, kein vorgefertigtes, äh, Objekt, was Fragezeichen heißt. Deswegen habe ich jetzt einfach ein Objekt-Fragezeichen genannt, nämlich einfach, ein Syntax, einfach ein Makro, was aber einfach nur einen Fehler ausspuckt, wenn man es benutzt. Aber der Punkt ist der jetzt, jetzt ist Fragezeichen sozusagen nicht einfach nur noch ein Name, sondern Fragezeichen hat einen Wert. Also einen taktischen Wert. Und damit kann ich jetzt Fragezeichen sozusagen benutzen. Ansonsten würde ich es sozusagen, ansonsten, aber das alte Problem, da kann ich zwar mit Fragezeichen matchen, aber sobald jemand anders das Fragezeichen irgendwie belegt, kommt er dann nicht mehr zurück, weil das nicht mehr unbelegen kann. Und damit kann er es dann nicht mehr an Makro benutzen. So, ähm, im Prinzip geht das Ganze jetzt durch, was wir jetzt hier gemacht haben, ähm, also, Red Fragezeichen soll zum Beispiel testen, ob der Baum rot ist, und außerdem den Baum an der Stelle noch in der Variante X dann zurückliefern. Und deswegen setzt er dann Tree auf X, und so weiter und so fort. Also hier sieht man, und hier testet ein gewisses Prädikat ab, das ist sozusagen mein, mein weiteres Ding. So, also das, das ist ein bisschen, also Fleißarbeit, das Ganze zu schreiben, da habe ich jetzt hier noch geschrieben, um den Baum schwarz zu machen, nicht, wenn er, hier sieht man, wie der Petter Matcher funktioniert, wenn er rot war, dann mache ich ihn schwarz, und Baum mache ich sonst zum Baum, und hier mache ich ihn rot, Redden, das geht natürlich nur dann, wenn, ähm, wenn er vorher schon schwarz war, sonst kann ich da auch nichts machen, mit schwarzen Kindern, ähm, und, das haben wir schon gesehen, so, hinzufügen, wie funktioniert das, und auch hier wieder, ich mache einen Baum, also ich packe das Ganze wieder in den, ehrlich in den Baum, ich packe das Ganze wieder in der IMAP, indem ich schwärze, was hier rauskommt, und schwärze heißt, also, äh, rauskommen heißt, ich muss wieder was hinzufügen, in diesen Baum, und da gucke ich wieder an, okay, wenn es was schwarzes ist, also, wenn es, wenn es ein schwarzes, schwarzes Blatt ist, dann mache ich es einfach rot, und, ich baue das ein, wie auch schon vorhin besprochen, aber am Algorithmus, und ansonsten muss ich gucken, ob ich es links oder rechts einbauen, und muss es dann, muss den Baum wieder balancieren, okay, aber das ist sozusagen, mit dem Makro sieht es jetzt auch nicht anders aus, als Haskell, mit einer anderen Syntax, ähm, okay, und löschen geht, ähm, geht genauso, also, sieht auch nicht groß anders aus, ja, außer, dass ich jetzt, ein paar mehr Fälle habe, und, ähm, hier, diese neue Prozedur, das ist rotieren, die mir die weißen Knoten, äh, korrigiert, und hier ist vielleicht noch eine interessante Sache, jetzt steht hier nicht LED, sondern LED Values, das hat das Scheme auch, nämlich, mehrfache Rückgabewerte, also, eine Funktion kann dann keine mehreren Sachen reinstecken, und, äh, normalerweise, kommt ein Wert raus, aber es kann auch 0 bis n Werte rauskommen, und, ähm, MINT plus DELETE macht folgendes, sie löscht den Knoten, den kleinsten Knoten in dem Baum B, das ist nämlich, also bei Beispiel 1, 3, 5, 7, war es die 5, ja, und, äh, liefert mir aber gleichzeitig auch zurück, welchen es gelöscht hat, das heißt, liefert mir den Baum B zurück, den er gelöscht hat, der Baum ist auch da, der fehlt, ja, ja, das ist ein neuer Baum, ah, das können wir noch nicht weiter, der, der, der alte ist dann weg, ja, der alte ist dann natürlich, hier, ja, genau, also dieses, das alte B ist weg, wenn man sich dran, was ich hier auch B genannt habe, wenn ich das B Stern nenne, dann, habe ich das B natürlich noch, ja, also, genau, also in diesem Fall würde der Garbage Connector das B dann auswerfen, aber, weil ich, keine Ahnung habe mehr, da, ne, Seite, genau, liefert das eben zwei Werte zurück, und das, ähm, mit Let-Values weise ich die zu, und Values ist die Prozedur, die zwei Werte rausspuckt, genau, das ist vielleicht noch so eine, das sozusagen auch nicht, weil jeder Programmierspare dabei ist, ähm, genau, das ist B- halt bei mir weit nach Fleck, das ist das Ding da, und balancieren, das war der Prinzip, wenn wir nur die Fälle aufgeschrieben, die wir jetzt hatten, und rotieren, genauso, und damit sind wir, was das betrifft, durch, dann, ähm, können wir das Ganze noch, testen, und jetzt laufen die fünf, irgendwo ein Tippfehler gemacht, und der Tippchecker kann ja nichts sagen, das ist kein Tippchecker, also irgendwo da oben ein Tippfehler gemacht, ja, dann meldet er halt einen Fehler ab, ja, der Test, die Testfehler einen Fehler, oder, ne, ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt da ein Y einsetzen, oder ein X, achso, hab ich das anderen offen, achso, äh, ja, genau, also, ähm, so, ich füge jetzt hier irgendwas hinzu, ja, dann, ähm, bekomme ich in diesem Fall, diese Fehlermeldung, ja, äh, non-simple Parameter, bla 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 bla, das ist, okay, ähm, das liegt jetzt daran, dass er bei der Makroexpansion, das jetzt nicht machen kann, weil ich ja sozusagen, also das White-Fragezeichen, dieses Pattern gab es nicht, da probiert er es irgendwie anders zu machen, weil er erkennt er das nicht mehr als White-Fragezeichen, sondern, und dieses SC, das ist, äh, das heißt Syntactic Closure, das ist sozusagen die Implementierung von dem Makrosystem, hier bei diesem speziellen, bei diesem Chibi-Scheme, ähm, und zwar steht jetzt hier zum Beispiel Lambda, aber das ist das Lambda, was aus der, aus der, aus der taktischen Umgebung des Makros kommt, was in diesem Fall auch der Standard-Lambda ist, aber wie gesagt, wenn ich Lambda umdefiniere außerhalb, dann muss man auch wissen, was es ist, deswegen kommt das Ganze. Chibi-Scheme war das, was in den Polen ist, was erst seit zwei Wochen frei ist, oder? Ne, das ist Chibi-Scheme. S-C-H-E-Z, äh, C-H-E-Z, so. Fetz, 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 Ähm, genau, also, also das Problem, äh, wie kann ich das beheben? Na gut, ich schreibe, ich schreibe mein Makro etwas besser, was nämlich dann Swintax Errors liefert, an der richtigen Stelle, was habe ich, ich habe ja sozusagen einfach das Ganze nur runtergeschrieben, in einem Wuster, das ich jetzt richtig mache. ähm, ansonsten, wenn ich natürlich, äh, wenn ich natürlich hier anfange, falsche Bäume reinzustecken, dann, ähm, also sozusagen meine Invarianten einfach verletze, da habe ich natürlich kein Typ System, was mich davor bewahrt. Das müsste ich dann wieder anfangen zu, ähm, programmieren. Arbeiten gut, das ist aber sozusagen, ich meine, das ist immer das, bei der, bei der Dynamischen Spur an mir sprach, ähm, genau, vielleicht noch eine letzte Sache, genau, wo ist das Ganze zu, äh, ähm, so, zu finden, das ist auf, äh, GitLab, weil, äh, die, die FSF hat ja jetzt gesagt, dass man GitLab benutzen soll, nicht, Git, hab, weil man nicht gerade, Savannah benutzen möchte, und, äh, äh, daran sollte man sich ja halten, als guter Weltbürger, guter Weltbürger, äh, äh, das ist nicht selber, wie er auskreditiert soll, nein, das ist nicht, genau, aber das ist ja sozusagen, ein Quellguthammer trotzdem. Das ist okay, also, auf der FSF hat man das auch, wenn es mal das bloß, nicht. Nee, nee, es geht nur darum, dass es sozusagen keinen Sinn macht, äh, äh, zu versuchen, freie Software auf dem Computer nur zu benutzen, wenn man, wenn auf allen Webpages, die man sich anschaut, nicht frei läuft, und die hier sagen, also, ich meine, das Ding ist auch nicht schlechter, als, als GitLab, deswegen auch meinen Aufruf, äh, sozusagen, genau, ja, genau, kollektiv zu wechseln, und, äh, genau, sozusagen, mein erstes Projekt ist da, ist es übrigens, ich habe nie getestet, dass meine Bäume, die am Endeffekt rauskommen, auch wirklich alle balanciert sind, ja, also, einfügen und löschen funktioniert, aber ich habe nie, bisher fehlen die Checks zu sehen, ob die Bäume auch wirklich alle, die korrekte Länge haben, oder nicht. Ja, genau, äh, genau, okay, ähm, das war es dann soweit, von meiner Seite aus, ähm, ja, also vielleicht irgendwann, kann ich vielleicht nochmal erzählen, wie man sozusagen die Makros sinnvoller programmiert, als so zu Fuß, genau, und, äh, vielen Dank. Applaus 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 Applaus